Fangen wir mal damit an. Es verletzt mich nicht. Es gab durchaus mal bestimmt garantiert, weil ich bin ja ein Mensch, eine Phase, da hat mich das verletzt, aber es sind ja Fremde. Ich möchte von denen kein Eis. Warum sollte ich von denen Kritik wollen? Ich möchte keine Einrichtungstipps von Hans-Uwe Silke Söhren. Warum sollte mir wichtig sein, wie die mein Bild finden? Das ist eine Prioritätensetzung, die ich gelernt habe. Mir ist die Meinung von vielen Leuten einfach absolut egal. Wenn ich ein Bild meinem kleinen Sohn zeige, dann ist mir seine Meinung hundertmal mehr wert, als die von irgendwem aus dem Internet. Und seine Meinung darüber würde mich auch wahrscheinlich eher treffen, als die Meinung von einem Fremden aus dem Internet. Deswegen habe ich noch nie richtig verstanden, warum ich auf die so viel Wert legen muss. Also auf diese Meinung. Sei es zu meinem Äußeren, zu meiner Kunst, zu meiner Arbeitsweise, zu meiner Art. Völlig egal. Wie findest du denn das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Steiß. Noch jemand stiften? Hi und schön, dass du in meinem Podcast der kreative Flow gefunden hast. Mein Name ist Roberta und ich bin deine Gastgeberin hier rund um die Themen Kunst, Design und Kreativität. Ich bin zurück aus meiner kleinen Sommerpause und ich hoffe, du hattest einen genauso schönen und entspannten August wie ich. In der heutigen 102. Langfolge habe ich mich mit der Künstlerin Wolane getroffen und wir haben über ihren kreativen Alltag gesprochen und wie sie zu dem gekommen ist, was sie heute macht. Doch bevor wir zum Interview kommen, möchte ich dir den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen. Roberta Bergmann empfiehlt. Der Supporter der heutigen Folge ist Royal Talents. Wenn du kreativ bist, kennst du ganz bestimmt Produkte und Marken des niederländischen Unternehmens, das sich auf die Herstellung von Künstlerfarben spezialisiert hat. Auch meine heutige Gästin Wolane arbeitet mit Farben von Royal Talents, um ihre Ölbilder auf Leinwand entstehen zu lassen. Die Kobra Ölfarben gibt es in 100 Farbtönen und in den zwei Qualitäten Artist und Study. Es sind professionelle Ölfarben, die genau die gleichen hochwertigen Pigmente und die Viskosität bieten wie andere Ölfarben, aber ohne die Verwendung von schädlichen Lösungsmitteln. Lösungsmittel wie Terpentin brauchst du bei der Verwendung von Kobra nicht, denn um Kobra zu verdünnen, brauchst du nur Wasser. Wie schon in einer der letzten Folgen möchte ich dir das Kreativstudio ans Herz legen. Das ist die digitale Kreativplattform von Royal Talents für den deutschsprachigen Raum. Dort kannst du zum Beispiel Online-Workshops mit talentierten KünstlerInnen wie Jenny Adam, Marleen Lammers, Wolane oder Snooze One buchen, inklusive dem passenden Materialpaket. Es gibt Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene. Damit kommst du garantiert in den kreativen Flow. Ich sag dir ja nicht umsonst immer, wie inspirierend tolles Material sein kann und wie schön und bereichernd es ist, sich mit anderen auszutauschen. Und jetzt kommt's. Wolane gibt am 6., 13. und 20. Oktober 2024 jeweils ab 19.30 Uhr einen dreiteiligen Ölmalerei-Workshop im Kreativstudio. Und du kannst dabei sein. Entweder du buchst dir ab sofort ein Ticket oder du gewinnst einen Platz hier im Podcast. Royal Talents verlost mit mir ein Ticket und dazu gibt es noch das passende Materialpaket mit 10x40ml Cobra-Ölfarben und einem A4-Ölmalblock in 300g als Geschenk obendrauf. Alle drei Termine werden auch aufgezeichnet und im Anschluss als Link zur Verfügung gestellt. Ist das was für dich? Dann schreib mir einfach bis zum 22.09. eine E-Mail mit dem Betreff Workshop-Wolane an vielglück mit ue at derkreativeflow.de Für den Versanddienstleister brauchen wir außerdem deine Postadresse und deine Handynummer per Mail. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Royal Talents für das Sponsoring der heutigen Folge und für die tollen Preise, von denen du profitieren kannst. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, mich bei denen zu bedanken, die mich bereits beim Podcasten und Bloggen für der kreative Flow monetär bei Steady unterstützen. Bei Steady kann man mir monatlich oder jährlich Wertschätzung für meine kreativen Inhalte zollen. Neu an Bord der Unterstützerinnen sind Heike Tammen, Petra Andersson und Fazia Pindra. Danke an euch drei. Ihr macht mir damit nicht nur eine Riesenfreude, sondern ihr sorgt mit eurem Beitrag auch dafür, dass es diesen Podcast weiterhin gibt. Und habt ganz vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du mich jetzt beim Podcasten unterstützen möchtest, dann schau einfach mal kurz in die Shownotes. Da findest du den Link zu meinem Steady. Du bekommst auch einiges zurück. Es lohnt sich also doppelt für dich. Hab vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt zu meiner heutigen Gästin. Ich habe mich vor einigen Wochen mit der Künstlerin und inzwischen Person des öffentlichen Lebens Wolane aka Maris Rauch getroffen. Sie zeigt gern im Internet, was sie beruflich macht. Sie malt und illustriert und lässt die Follower an ihren kreativen Prozessen teilhaben und sie hat wirklich viel zu erzählen. Wolane teilt inzwischen mit rund 575.000 Followern bei Instagram, TikTok und YouTube ihre kreativen Ideen und Gedanken. Seit geraumer Zeit setzt sie sich auch mit Hate und Diskriminierung auseinander. Das macht sie auf eine sehr charmante und ironische Weise. Sie veröffentlicht in kleinen Videos an sie geschriebene Kommentare, die beleidigend, dumm und destruktive Kritik an sie als Person oder an ihre Kunst beinhalten und kommentiert diese voller Ironie und Witz. Am Ende führt dies meist zum selben Ergebnis, denn Wolane zeigt so die Banalität und Engstirnigkeit der AbsenderInnen und entwaffnet und entlarvt diese auf sehr intelligente Weise. Damit gibt sie nicht nur mir, sondern vielen Menschen Mut und Kraft, die selbst manchmal Hasskommentaren ausgesetzt sind. Mich hat Maris aka Wolane sehr beeindruckt. Die vierfache Mutter hat nicht nur autodidaktisch ein florierendes Kreativbusiness rund um ihre Zeichnungen und Malereien aufgebaut und beschäftigt damit inzwischen sogar zwei Mitarbeiter. Sie ist auch durch ihre Social Media Präsenz zu einer öffentlichen Person geworden, die zum Beispiel von Firmen wie Spotify, Sony und Warner angefragt wird. Neulich habe ich sie bei Instagram im Small Talk mit Channing Tatum und Scarlett Johansson gesehen, als Maris von Sony eingeladen wurde, in Berlin auf dem roten Teppich der Filmpremiere von To The Moon live ein Ölbild zu malen, was nebenbei ein wirklich tolles Bild geworden ist, was ich auch mir selber ins Wohnzimmer hängen würde. Ich muss sie unbedingt noch fragen, wo das Bild jetzt ist, was übrigens am Ende des Abends noch von Channing, Scarlett und Maris unterschrieben wurde. Ich vermute mal, dass es Sony gekauft hat, aber wer weiß. Volan und ich haben uns ein bisschen in dieser Folge verquatscht. Ich hoffe, das ist okay für dich. Das bedeutet mehr Content für dich, mit dem ich dir jetzt sehr viel Spaß wünsche. Und schick mir gern mal dein Feedback dazu, als Mail oder als Kommentar bei YouTube, bei Spotify oder als Rezension bei Apple Podcasts. Dich erwartet jetzt ein etwa 90-minütiges Interview. Noch ein Tipp, du kannst es auch in mehreren Teilen hören. Deine Podcast-App merkt sich nämlich, wo du gewesen bist und du kannst jederzeit genau dort wieder ansetzen. So mache ich das jedenfalls ganz oft mit längeren Podcast-Folgen, die ich höre. So, jetzt geht's aber endlich los. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Das Interview. Ich freue mich, dass ich heute im Podcast Volane zu Gast habe. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll, weil du hast irgendwie gefühlt mehrere Namen. Aber ich glaube, Volane passt, ne? Genau, ich habe zwei Vornamen, aber der Rufname ist Maris, richtig. Und Volane ist halt so der Künstlername, der hat sich so etabliert. Also ich habe auch ganz viele Freunde und Bekannte, die mich Volane einfach nennen. Woher kommt das? So ist es. Ja. Volane. Ich habe mal sechs Wochen lang studiert und da war eine Aufgabe, sich einen Blog und einen Künstlernamen zu suchen. Und ich fand die Aufgabe total bescheuert. Also habe ich einfach bei Wikipedia auf Zufallsartikel geklickt. Und das Erste, was kam, war Stalin. Und dann dachte ich, nee, ist irgendwie, ich weiß nicht, der falsche Vibe. Dann hast du den Waterfluss in Frankreich genommen. Genau, richtig. Das Zweite war dann der Fluss. Und dann dachte ich, hey, du hast so, also ich habe so ein bisschen französische Wurzeln. Meine Uroma war Französin. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Passt ja, Maris, Volane ist doch, ist ein Vibe, das passt. Sehr gut, sehr gut. Und ich habe die ganzen letzten Tage immer, wenn ich an dich gedacht habe, weil wir ja das Interview haben, habe ich immer Volare gesungen. Also ich muss immer an. Ja, das wird öfter. Ja, aber ich kann da auch nichts für. Also es ist ganz furchtbar eigentlich. Genau. Also meine erste Frage im Podcast ist immer, wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin die Maris und ich male. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Das, ich male und rede, das, dafür, dafür kennt man mich, glaube ich. Ja, das machst du nämlich öffentlich. Richtig, ja, ich mache das alles online halt. Also da sehen es halt auch dann die meisten Menschen. Ich glaube, ich werde auch ganz gern gesehen, sonst würde ich es nicht tun. Aha, ja. Wann hast du denn angefangen, das öffentlich zu machen? Tatsächlich mit der Suche nach diesem Künstlernamen, als ich diesen Blog erstellt habe. Das war, glaube ich, das einzig Positive, was ich aus dem Kack-Studium da ziehen konnte. Da habe ich angefangen, auf Tumblr zu posten und habe erst gar keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Ich habe auch überhaupt nicht gerafft, was da passiert. Ich dachte immer, Tumblr schickt mir Spam-Mails, weil da immer steht, du hast 100 neue Follower, du hast 1000 neue Follower, du hast dies und das. Und irgendwann war ich dann, ohne es zu wissen, ein relativ großer Creator für deutsche Verhältnisse auf Tumblr. Und ja, so hat das dann seinen Lauf genommen, ne? Wann war das? Och Gott, das ist schon ewig, ja, 2008, 2007 oder 2008, irgendwie sowas. Ich habe ein ganz schlechtes Zeitgefühl, deswegen nagel mich nicht drauf fest, das könnte auch noch früher gewesen sein. Aber ich glaube, so 2007, 2008 müsste das gewesen sein. Naja, und dann habe ich das erst so richtig mitgekriegt, als Tumblr quasi schon tot war und dachte dann, ach, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und habe dann mit Facebook und sowas weitergemacht und später kam dann Instagram, TikTok und YouTube und sowas dazu, ja. Und was hast du bei Tumblr gepostet? Also waren das, weil ich kenne das immer nur so als Fotoplattform. Ja, genau, es waren Bilder. Fotos. Ja, genau. Da habe ich meine Arbeiten halt einfach fotografiert und sowas. Und zu der Zeit hatte ich dann auch YouTube so ein bisschen angefangen, aber das hat bei mir nie so richtig gut geklappt. Also es war so, ich habe das auch sehr stiefmütterlich behandelt, YouTube. Aber da waren so die ersten Schritte, so die ersten Sachen, die ich hochgeladen habe. Das waren Fotos. Aber also nicht Fotos von gemalten Bildern, sondern Fotos, Fotos? Nee, Fotos von gemalten Bildern. Ich habe meine Illustrationen halt hochgeladen. Ich hatte dann halt mein Skizzenbuch, das habe ich fotografiert und dann habe ich das hochgeladen. Und das hat okayisch funktioniert. Ja, und war das dann gleich so, also hattest du dann Follower, die international waren? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe das ja bei Tumblr, habe ich das, bei Tumblr habe ich das gar nicht richtig mitgekriegt. Ich dachte ja, wie gesagt, das wäre Spam, wenn da die E-Mails kamen mit den Followern. Und mitbekommen habe ich das erst, als Tumblr mir eine E-Mail geschrieben hat, ob ich nicht zu einem Event kommen möchte, bei dem deutsche Creator halt eingeladen werden. Da dachte ich mir, naja, was ist denn das für ein Fake? Und dann habe ich mir das mal anguckt und dachte, oh, da hat die irgendwie 80, 90.000 Follower auf Tumblr. Und da haben die gesagt, dass das halt für die Nische recht groß ist und dass ich gerne kommen kann. Und zwar mir aber so unangenehm. Ich hasse solche Events. Da habe ich dann meine damalige Praktikantin hingeschickt, weil ja Ecke, da wusste, wie ich aussehe. Die hat dann also so getan, als wäre sie ich und hatte da viel Spaß. Okay, und hast du es im Nachhinein bereut? Nein. Nee, war ja okay so. Ich mag ja, ich mag so Events nicht gerne. Ja, also ich werde zwar gerne gesehen, aber ich bin nicht so, ach, wenn sowas live stattfindet, dann habe ich immer Angst, dass es dann, weiß ich nicht, dass es mir dann unangenehm ist, dass es mir zu viel wird oder sowas. Da ziehe ich mich gerne schnell raus. Und wenn ich dann auf so einem Event extra eingeladen bin, dann habe ich so eine, also habe ich so eine Drucksituation. Mittlerweile kann ich damit sehr viel besser umgehen, aber früher wäre das für mich so, nee, danke, ciao. Brauche ich nicht. Verstehe. Und was war das für ein schlechtes Studium, was du angefangen hast? Kunst. Wo? Ich habe Kunst studiert, in Offenbach. In Offenbach. Das erste Mal, als ich mich da beworben habe, wurde ich abgelehnt mit den Worten, ich soll lieber Sekretärin bleiben. Kunst wäre nichts für mich, das kann ich auf keinen Fall. Und im nächsten Jahr, also weil ich dann halt dachte, nee, ich mache das ja schon gerne, ich bewerbe mich einfach nochmal, das wird schon gehen. Im nächsten Jahr wurde ich dann mit Begabtenprüfung und was weiß ich nicht, was für ein Zertifikat genommen. Was aber totaler Quatsch ist, weil der Typ, der vorher gesagt hat, bleib Sekretärin, hat mir dann bescheinigt, dass ich super sonderbegabt bin. Und dementsprechend hatte der einfach nur... Die Willkür. Ja, der hatte halt einen guten Tag und ein bisschen Hafermilchemüsli, ne, dem ging's halt, dem ging's gut an dem Tag und dann war ich begabt. Und, äh, ja, das Studium an sich, das war halt einfach nichts für mich, weil, ach, ich hatte nichts davon. Das war mir zu arty alles. Ich hatte keine Lust, Dinge nur zu produzieren, damit mir dann irgendein Lehrer sagt, ob's ihm gefällt oder nicht, weil, was ist er denn für ein Ankerpunkt, ne? Das mit dieser, mit dieser, ey, bleib Sekretärin und jetzt bist du begabt, nur mal haben die mich voll verloren, weil da war für mich kein roter Farb dabei. Ab dem Moment war das so, natürlich, sichi. Ja. Und, äh, ja, dann hab ich halt abgebrochen. Also, ich war noch sehr lange eingeschrieben, hab auch hier und da mal so eine Hausarbeit für Wahrnehmungspsychologie oder so abgegeben, weil die Essensmarken sehr gut waren und das Bahnticket auch sehr förderlich für mich. Und, ja, das, äh, naja, deswegen war ich sehr lange eingeschrieben. Ja, ne, man sagt ja, wenn man Kunst studiert, also ich hab halt Design studiert und im Nachhinein mich geärgert, dass ich nicht noch... ...gleichzeitig irgendwie Kunst dazu studiert hätte, weil das wäre in meiner Hochschule auch gegangen, also auch möglich gewesen, das so parallel zu machen. Ich hätt's halt gemacht auch, um jetzt auch nicht umzuhören, ob dem Professor oder der Professorin irgendwie meine Bilder gefallen, sondern um auch noch vielleicht irgendwie so einen Fuß in die Tür zu kriegen in diese ganze Kunstmarktgeschichte. Weil ich hab halt das Gefühl, wenn man Autodidakt ist als Künstlerin, dann kommt man da halt voll schwer rein oder wenn man niemanden kennt oder, weiß ja nicht, die richtigen Hände schüttelt oder mal bei irgendeinem Rundgang von der Hochschule gesehen wird oder der Professor einen vielleicht weiterempfiehlt. Die haben ja halt alle Kontakte. Das stimmt. Und das hat mir halt im Grunde sogar auch beim Designstudium gefehlt, weil meine Professoren und Professorinnen auch nicht so die Kontakte hatten in dem Designbereich. Und ja, ich glaub, das ist so, neben den geilen Werkstätten, die man an so Hochschulen hat, ist das so der zweite Benefit, dass man eben schon für später Kontakte machen kann. Aber ja auch nicht immer, ne? Ist ja sehr willkürlich. Nee, auch nicht immer, klar. Also zum einen muss dein Prof dich ja mögen, damit er Bock hat, dich zu vermitteln. Das heißt, du musst ja in der Gunst von jemandem stehen, dann musst du die Erwartungen erfüllen. Also du musst doch sehr kundenorientiert produzieren. Und das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Da habe ich lieber auf Kontakte verzichtet oder sowas, als da dann jemandem gefallen zu müssen. Das war einfach nicht, das mochte ich nicht. Ja, ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass du als, also du bist nicht mehr so angewiesen auf diese Kontakte, dadurch, dass man sich ja sehr gut selbst vermarkten kann. So in den 90ern, frühen 2000ern würde ich sagen, ja, ohne ging gar nicht. Brauchst du irgendeine Galerie, die dich liebt. Aber mittlerweile, glaube ich, hat man sehr gute Möglichkeiten, von der Kunst leben zu können, ohne auf diese Kunstszene angewiesen zu sein. Auch wenn ich dazu sagen möchte, dass ich manche Galerien echt gerne mag und auch total gerne mit denen ausstelle, bin ich sehr froh, nicht auf die angewiesen zu sein. Also Corona hätte mir das Genick gebrochen, wenn ich auf Galerien angewiesen gewesen wäre. Ja, Stichwort Galerien hatte ich auch auf dem Zettel. Das heißt, wenn du, du stellst in Galerien aus, was sind das für Galerien? Das heißt, du hast da wahrscheinlich keine, wird glaube ich heute eh nicht mehr so gemacht, exklusive Verträge, dass die dich dann überall verkaufen dürfen und immer einen Share kriegen. Aber wie kommen die auf dich zu? Wie funktioniert das? Also mittlerweile ist es so, dass die mich einfach anschreiben und dann sagen die, yo, hast du Bock? Und dann gucke ich mir die an und dann recherchiere ich so ein bisschen, ob mir die Nasen gefallen quasi, ob ich das Gefühl habe, ich könnte gut mit denen. Und wenn es dann so, ja, wenn das Hin- und Herschreiben dann gut funktioniert, dann stelle ich da aus. Und wenn nicht, dann sage ich halt, nee, ich habe zufällig keine Zeit. Und wie viele Ausstellungen machst du überhaupt so im Jahr? Weil das ist was, was ich jetzt so nicht mitkriege bei dir. Das ist super unterschiedlich. Das letztes Jahr war ich dreimal in Hamburg und vorletztes Jahr einmal in München und dieses Jahr zum Beispiel noch gar nicht. Aber weil ich das halt auch überhaupt nicht forciere. Ich freue mich natürlich, wenn Galerien, die cool sind, anfragen. Und dann bin ich da auch immer zu geneigt, Ja zu sagen. Also wenn es halt stimmt, so von der Connection her. Aber ich forciere das jetzt nicht so. Also weil es halt auch immer mit Aufwand verbunden ist und ich habe so ungern Aufwand. Sehr gut. Naja, du hast ja auch genug anderes zu tun. Richtig. Zum Beispiel streamst du ja ziemlich viel. Also du bist live auf diversen Plattformen. Du machst total viele Videos. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Kontakt zur Community gesucht hast? Weil bei Tumblr hattest du ihn ja offensichtlich nicht. Also wie kam dann diese Wende, dass du gesagt hast, ich finde es interessant, auch mit anderen zu interagieren und so live zu zeigen, was ich mache und einfach aus dem Leben zu erzählen, was du ja eigentlich in den Videos auch immer machst. Boah, also der Stuhl steht auf vielen Füßen. Zum einen zeige ich unglaublich gerne, wie ich male. Also ich mag das, wenn Menschen die Chance haben, zuzugucken. Weil, also ich habe das schon früher ohne Internet ganz oft so gemacht, dass ich unglaublich gerne in Gesellschaft gemalt habe, wenn dann, keine Ahnung, wenn Freunde von mir in eine Bar gegangen sind oder so, dann hatte ich meistens irgendwie ein Skizzenbuch dabei, weil mir das dann halt schnell zu langweilig wurde, nur da zu sitzen und zu reden. Und ich habe dann halt gekritzelt und geredet und so war das schon immer, dass Leute mir gerne zugeguckt haben und ich das auch immer schön fand, Leuten zu zeigen, dass das gar kein Hexenwerk ist, sondern dass man das üben kann. Dass jeder Strich einfach nur ein Strich ist und viele Striche sind dann ein Bild. Und dann habe ich mit dem Livestream, also mit den Videos und sowas habe ich angefangen, weil es einfach sehr viel direkter ist, die Sachen zeigen zu können. Es ist eine ganz andere Verbindung, die man zum Zuschauer auch eingeht. Wenn der sieht, wie das entsteht, man, ja, es ist, also es klingt sehr nach Poesiealbum, aber man gebirrt quasi gemeinsam dieses Bild. Wenn du immer zuguckst und sowas, dann ist das wie bei Bob Ross damals, dass du so Höhen und Tiefen miterlebst, dann ist so ein Wort, nee, bitte tue es nicht, okay, sie hat es getan, okay, ist okay, ist okay, ich kann damit leben. Sowas zum Beispiel ist auch ganz schön. Und dann ist es ja auch einfach so ein Medium, das, wenn man es gerne nutzt, gut nutzen kann. Also es ist ja eine Reichweite, die ich mir auch wieder verschaffen kann und sowas, wenn ich das benutze. Und dieser direkte Austausch, ich liebe das, ich mag das total gerne, ich liebe Kommentarspalten, also mal mehr, mal weniger, keine Frage. Aber ich liebe Livestream, weil es einfach so unmittelbar ist. Das macht mir totalen Spaß. Ich würde mich auch auf eine Bühne setzen und malen, das würde ich sofort machen, das finde ich mega cool. Aber mir bleibt halt quasi der Livestream, weil mich noch keiner für eine Bühnenshow eingeladen hat. Ich glaube, also ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich kenne das von Messen, dieses, ich weiß nicht, ob du schon mal so auf so einer Kreativmesse warst. Also ich weiß gar nicht, wie es bei Kunstmessen ist. Wahrscheinlich ist es da wieder verpönt oder so. Aber bei dieser Kreativ-World-Messe, wo ich in Frankfurt war Anfang des Jahres, da gab es halt immer so Vorführer oder Innen, die bei den Ständen dann sozusagen im vorderen Bereich so einen Tisch hatten oder eine Staffelei und die dann live mit den Materialien gemalt haben. Ja, also das zum Beispiel, sowas mache ich nicht gern. Das habe ich einmal für Molotow gemacht auf der Kreativ-World. Sowas mache ich nicht gern, auch wenn das ganz nett war bei denen am Stand. Die waren alle super tutti und sowas, das war alles super. Aber das ist so ein, ich will nicht das QVC-Produkthäschen sein, sondern ich will die Leute einfach mitnehmen beim Malen und meinen Spaß mit dem haben. Das würde für mich nur, also das funktioniert für mich nur, wenn ich nutze, was ich nutzen will, wenn ich male, was ich malen will und wenn der Zuschauer sich frei entscheiden kann, ob er dabei bleiben möchte oder nicht. Das hast du ja auf so einer Kreativ-Messe ganz anders oder wenn du Produkte vorführst, bist du ja unglaublich gezwungen, das Motiv zu nehmen, mit dem die Firma klarkommt, die Materialien von der Firma zu nehmen. Und ich möchte ja eher so frei die Herangehensweise zeigen und dann halt auch in den Diskurs mit denen treten. Wenn ich auf einer Messe malen würde, kann ich ja nicht sagen, kann ich ja keine Unterhaltung mit den Leuten führen, die abseits von, ja sagen wir mal, abseits von Gute Böse ist. Es darf ja nur um die Produkte gehen, muss alles sehr höflich stattfinden und sowas, muss verkaufsorientiert sein. Da bin ich nicht, das mache ich nicht gern. Ja, nee, ich wollte es auch nur, weil das ist mir jetzt als einziges eingefallen, was schon so ein Show-Konzept wäre. Ja. Was es gibt, aber ob es sowas, so ein Live-Mal-Event gibt oder so, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich gibt es sowas gar nicht. Ich glaube auch nicht, aber falls irgendein Fernsehproduzent da ist, ich warte. Ja, Bob Ross hat es gemacht, kann man sagen. Ja, siehst du, ich würde es total gern mit so Kommentaren oder sowas so ein bisschen interaktiver gestalten, das finde ich mega cool. Ja. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Also hast du einen relativ geregelten Tagesablauf oder ist es bei dir immer anders oder gibt es so Phasen? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ja, natürlich ist das für mich ein geregelter Tagesablauf. Andere Leute würden wahrscheinlich nass gehen, wenn sie so einen Tag hätten. Ich habe keinen klar strukturierten Tag, sondern ich mache, was gemacht werden muss, dann, wenn ich es machen kann. Also alles immer dieses ist so ein as soon as possible, aber mit Prioritätensetzung, weil ich halt immer dann arbeite, wenn ich mich nicht um Kinder kümmere oder so. Ich bin ja nebenbei quasi noch Mama und so und dann strukturiert man oder dann baut man seinen Tag so auf, dass man den Kindern gerecht wird und seine Arbeit problemlos vollführen kann. Also morgens zum Beispiel gucke ich, dass ich so früh wie möglich ins Studio komme, wenn die in der Schule sind und so. Und dann bin ich meistens so, ja, zwischen acht und neun bin ich dann im Studio. Vorher, weiß ich nicht, manchmal gehe ich noch einkaufen oder so, weil ich einkaufen wie die Pest hasse, wenn da dann so viele Menschen sind. Also mache ich das möglichst um 7.30 Uhr, dass da dann keiner ist oder so. Und dann geht der Tag, bis ich weiß, dass die von der Schule kommen und dann geht es heim und dann, ja, mal gucken. Dann mache ich meistens noch nachmittags irgendwie was oder so oder wenn ich mit denen auf dem Spielplatz chill, beziehungsweise wir, mein Mann ist da ja auch eng mit verbunden und involviert, dann sitze ich auch da und male oder so. Also weil die brauchen ja kein Händchen mehr, dass ich ihn auf dem Spielplatz halte. Die brauchen nur noch jemanden, der das Pflaster klebt bei Bedarf. Ja, sehr gutes Stichwort mit, ja, Künstler sein, freiberuflich sein und Familie haben. Würdest du sagen, dass es für dich gut funktioniert oder ist es auch manchmal schwierig oder würdest du es dir gerne anders wünschen? Hättest du gerne ein Kindermädchen? Erzähl mal, wie ist das für dich? Ich hätte gerne eine Reinigungskraft, das wäre, glaube ich, was. Das wäre schön, jemand, der dafür sorgt, dass alles immer sauber ist. Das wäre toll. Ich hatte das auch mal eine Weile, aber dann wurde es ein bisschen zu teuer und so und Corona kam und sowas. Naja, ist ja auch egal. Das war mein schönster Luxus bisher, mich nicht darum sorgen müssen, ob es sauber zu Hause ist. Also Ordnung. Ich kenne es nicht anders, um ehrlich zu sein. Meine Kinder sind ja da so reingewachsen, wie es ist und ich weiß nicht, also Mütter in Arbeitsverhältnissen oder Eltern in Arbeitsverhältnissen, die haben andere Probleme. Wenn bei mir die Schule anruft, dann fahre ich halt los und dann nehme ich die mit und wenn die krank sind, kann ich die zur allergrößten Not auch hier auf die Couch legen oder sowas. Auf welcher Couch, die liegen, ist denen ja dann Wumpe, die wollen ja nur meine Nähe und in Ruhe husten können oder so. Da bin ich natürlich sehr viel freier. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich so Nachteile, wie, dass ich nicht einfach, also ich habe keinen Urlaub oder so. Ich muss halt, also ich habe schon freie Tage, wenn ich sage, okay, heute arbeite ich nicht, dann arbeite ich heute halt nicht. Aber ich muss es dann morgen nachholen. Das macht keine Kollegin für mich oder sowas. Meine Arbeit bleibt liegen, bis ich sie mache. Das sind natürlich Nachteile, die aber bestimmt auch andere Leute spüren. Ich glaube, so viel Unterschied ist das gar nicht. Man lernt sich ja reinzuleben. Deswegen, also ich würde es nicht anders haben wollen, weil ich halt aber auch eine beschissene Arbeitnehmerin bin. Aber es hat durchaus ja auch seine Vor- und Nachteile, wie alles halt. Ja, ich habe in einem anderen Video von dir auch gehört, dass du gesagt hast, du warst auch mal angestellt. Und das höre ich jetzt ja auch hier raus, dass du eine beschissene Arbeitnehmerin bist. Und du hast vorhin gesagt Sekretärin. Warst du wirklich mal Sekretärin? Ja, ich war mal Schulsekretärin an einer weiterführenden Schule in Offenbach tatsächlich. Wie kam es dazu? Ich habe einen schlechten Schulabschluss gemacht. Und dann habe ich eine schulische Ausbildung zur kaufmännischen Assistentin oder sowas gemacht, was quasi so der Facility Manager der Sekretärin ist, so für die Begrifflichkeit. Ja, und dann habe ich über Bekannte diese Stelle angeboten bekommen als Schulsekretärin. Das war auch das erste Mal irgendwie, dass da nicht so eine, normalerweise ist das immer von der Gemeinde oder sowas, jemand Verbeamtetes, bla, irgendwie so, weiß ich nicht mehr genau. Und das war dann das erste Mal, dass das über eine Zeitarbeitsfirma ging und die mich da eingesetzt haben. Also es war klar, dass das nicht befristet ist und sowas, nur die haben das halt so gelöst, dieses Arbeitsverhältnis. Und ja, dann habe ich das halt gemacht. Das war wirklich bescheuert, das war total scheiße. Ich hatte da keinen Spaß dabei. Das habe ich vormittags gemacht und nachmittags habe ich dann noch auf der amerikanischen Base für eine Firma gearbeitet, aber auch als Sekretärin. Das fand ich aber genauso scheiße. Wie lange ging dein Sekretärinnenleben? Ach, ich glaube so anderthalb Jahre oder so oder zwei vielleicht. Wie gesagt, ich habe ein total schlechtes Zeitgefühl bei sowas. Wenn das so lange zurückliegt, dann habe ich das schon so wegignoriert. Das ist nicht mehr so präsent, aber es war nicht lange auf jeden Fall. Ich war nur super unglücklich und gefühlt alle sechs Minuten krank. Also ich hatte gefühlt wirklich alle drei Minuten irgendeine neue Angina und war halt auch einfach nicht glücklich. Und da hast du aber auch schon gemalt, so nebenbei. Ja, gemalt habe ich schon immer irgendwie ein bisschen. Also das war noch nie von mir wegzudenken. Das war als Kind und klar, als Jugendlicher hast du dann auch mal ein paar Jahre keinen Stift so richtig in der Hand. Und kritzelst aber doch immer irgendwie irgendwo. Aber auch da habe ich halt gemalt. Und das ging dann so lange, dass ich, ich stand irgendwann auf einer Hausparty und dann habe ich mich mit einem Typ da auf dieser Party unterhalten, der hieß Basti. Und der meinte, ey Maris, wenn du über das Malen redest, siehst du sehr glücklich aus. Vielleicht solltest du sowas beruflich machen. Da dachte ich mir, Basti, Bruder, ja. Und habe halt meine Kündigung geschrieben, habe einen Monat krank gefeiert und dann habe ich geguckt, dass ich davon leben kann. Und das hat am Anfang natürlich nicht funktioniert. Da habe ich noch sehr viel nebenbei so Jobs gemacht. Keine Ahnung, von Promo bis Reinigungskraft oder was weiß ich nicht. Was sich halt angeboten hat, um Geld zu verdienen. Und irgendwann lief es dann immer besser. Und ja, jetzt würde ich sagen, läuft es gut. Ja, kann natürlich auch noch besser laufen. Aber gegen Geld wäre ich mich nicht. Wie kam es, dass es dann irgendwann lief? Also war das immer, dass du das immer online verkauft hast selber? Oder hast du in der Zeit irgendwie Ausstellungen gemacht und dadurch irgendwie erste Verkäufe von Bildern? Oder war das immer online? Also am Anfang lief das erst mal so durch Mundpropaganda, sag ich mal. Da haben halt, die Leute wussten ja, dass ich male. Also weil, wenn du es überall immer machst, dann weiß halt jeder auch irgendwie, dass du irgendwie malst. Und so kamen dann so die ersten paar Euros rein. Und dann hat einer, mach mal ein Logo oder sowas. So der Casual-Scheiß, wie du halt dein Geld verdienst. Oder kannst du mir für meine, ach, für eine Doktorarbeit habe ich so ein paar Illustrationen gemacht von Bekannten und so. Und so kamen dann die ersten Kleckerbeträge rein und sowas. Und dann auch durch, also das war dann durch Tumblr, aber ich wusste das nicht, weil die haben mir ja dann eine E-Mail geschrieben. Da haben dann Leute gefragt, ob ich ihre Kinderbücher illustrieren würde oder sowas. Und irgendwann dachte ich, ja gut, dieses Illustratorending, das läuft ja ganz gut. Und habe dann angefangen, so Stellen anzuschreiben, bei denen ich denke, na, vielleicht brauchen die ja Illustratoren. Und das waren dann unter anderem zum Beispiel so Lehrbuchverlage wie, ach, wie heißt das denn? Ich will immer Seegmüller sagen, aber so heißt es nicht. Diese Online-Dinger da, ILS und der ganze Quatsch. Kenne ich alles nicht, anscheinend. Keine Ahnung. Ich kenne auch diese klassischen Schulbuchverlage wie Westermann oder sowas. Aber das meinst du nicht. Da hat dann zum Beispiel jemand einen Kurs gemacht, wie man Pferde besamt oder so. Und da habe ich dann die Illustration für gestaltet. Das Lehrmaterial, das dann rausgegüben wurde, das war dann mit meinen Pferdebesamungsillustrationen. Das war also ganz nett eigentlich. Ja, und so hat sich das dann immer gesteigert. Hast dann halt hier und da mal einen Auftrag bekommen, parallel dazu so die eigenen Bilder gemalt. Das wurde dann auch mal mitverkauft oder so. Und ich habe aber relativ schnell dann angefangen, meine Sachen auf meiner eigenen Webseite zu zeigen, sodass die Leute dann über die Webseite kaufen konnten. Das hat halt dann auch ein bisschen seriöseren Touch, als wenn dich jemand, keine Ahnung, auf Facebook anschreibt oder so. Und dann sagst du, ja, hier, hol's ab. Das waren immer so Kunstdealereien, wenn du dann die Kunst zum Lidl-Parkplatz bringen musst und dann dein Geld dafür kriegst. Da wollte ich relativ schnell weg von. Und deswegen habe ich das dann über die Internetseite gelöst. Ja. Ich war heute auch mal auf deiner Hauptwebseite, glaube ich, also wo du deine Kunst verkaufst. Ich habe gesehen, du machst das auch mit Shopify. Ich bin auch bei Shopify mit meinem Kunst- und Buchkram. Und wie lange machst du das schon mit Shopify? Und was hast du früher benutzt? Also ganz am Anfang habe ich Jimdo benutzt. Das ist auch was, was ich so gerade, wenn man anfängt, total empfehlen kann. Einfach so ein easy Baukastensystem, was dich ein Zehner im Monat kostet. Mehr brauchst du nicht. Und dann war ich bei WordPress. Da kam ich aber nicht so gut mit klar, weil mir das zu aufwendig war. Es ist super vielfältig, wunderschön, aber es war mir zu aufwendig. Und jetzt bin ich bei Shopify seit 2020, glaube ich, ungefähr. Aber ich muss dir sagen, ich bin super unzufrieden. Der Support von denen, der ist der absolute Dreck. Also ich habe echt einen richtigen Hass auf die. Ich wechsle auch, sobald sich mir die Gelegenheit bietet. Okay. Interessant. Ich hatte ja mal Shopify als Gast im Podcast. Ah, schön. Und nee, ich finde es aber interessant, dass du das sagst. Also ich brauchte den Support bisher nicht. Na, sei froh. Zahne büten. Ja, das ist ja auch, die haben ja wahrscheinlich keinen deutschen Support, ne? Nee, da hast du dann so ein... Entschuldige. Nee, ich weiß noch, dass ich Schwierigkeiten hatte, jemand, ich musste auch in dieses Forum schreiben, um jemanden zu finden, der aus Deutschland mir sozusagen Rede und Antwort zu Shopify gibt. Weil ich wollte halt diese Plattform vorstellen, aber ich habe niemanden gefunden, der das machen kann bei Shopify. Das war halt schon super kompliziert. Ich bin dann irgendwie über LinkedIn gegangen oder so. Und genau, das war so mein einziger Kontakt dann, wo ich dachte, so ja, ist ja irgendwie komisch, dass man irgendwie nur andere Leute, die einen Shop haben, fragen kann, wie man hier mal mit jemandem reden kann. Ja, das ist auch wirklich, es ist absolut lächerlich. Du kriegst nur diese übersetzten Katalogantworten und dann dreht sich das immer wieder im Kreis. Und ich habe wirklich schwerwiegende Probleme mit dem Shop gehabt, bei dem die dann so Antworten haben, wir haben sie Cookie und Cage gelöscht. So, Bruder, ich bin ja nicht blöd. Natürlich habe ich das gelöscht, bevor ich hier rankam. Außerdem bist du der sechste Support-Mitarbeiter. Für wie dumm hältst du deine Kollegen, dass die mir das nicht schon mal geraten haben und so. Also es ist wirklich richtig Hanebüchen, dass ich, ja, also die, leider sind die Mitbewerber relativ schmal gesät und bieten nicht sehr viel. Aber, ja, die Alternative, die ich jetzt gefunden habe, die ist mir noch ein bisschen zu teuer. Das ist auch der Mann, der gerade angerufen hat, der diskutiert da so ein bisschen mit mir rum. Aber sobald ich die Gelegenheit habe, wechsle ich da. Und ich habe auch, eigentlich hat sich meine Mitgliedschaft bei Shopify gerade erst erneuert. Also ich habe gerade erst wieder diese 350 Ocken bezahlt. Aber es ist mir völlig egal, ich will da einfach nur weg. Weil das so ein schlechter Support und Service ist. Das ist, die haben ja schon gesagt, es wäre, ich sollte einen Film, ich sollte einen Film darüber machen, was nicht funktioniert. Und dann ging der Film über vier Minuten, weil die halt, also es ging um Ladezeiten. Und es hat vier Minuten gedauert, bis dieser Film, also bis meine Webseite geladen hat. Und dann habe ich gesagt, ich kann euch das nicht schicken, weil es zu groß ist. Und dann hat er gesagt, du könntest es auf die Webseite laden. Ich so, was? Wie? Und er so, ja, hier ist ein Tutorial, wie man es auf die Webseite, ich so, ich lade doch kein Video auf meine Webseite, dass meine Webseite nicht lädt, damit ihr euch angucken könnt, dass meine Webseite nicht lädt. Also ich bitte dich. Es klingt wirklich sehr dadaistisch. Es ist absolut wild. Die schönste Antwort, die ich von denen bekommen habe, war, weil er meinte, er braucht da mehr Infos zu. Und was da passieren würde, da beschreibe ich ihm den Vorgang. Ist ja, die Leute sehen nur einen schwarzen Bildschirm, weil das ist die Hintergrundfarbe von meinem Template. Und es dauert einfach ewig, bis sich das aufbaut. Haben die mir einen Link geschickt, wie man die Hintergrundfarbe seines Templates ändert? Ah, hilfreich, ja, sehr gut. Dass man dann den Pink sieht. Ich habe auch nur zurückgeschrieben, ich so, das ist Satire, oder? Das ist ein Witz, das demögt mich nicht und verarscht mich, nur sagt bitte, dass es sowas ist. Das kann keine ernste Antwort sein. Aber naja, da kommst du dann auch wieder nur zum nächsten Mitarbeiter. Also der Support ist so desaströs. Wenn du keinen Support brauchst, ist Shopify gut, aber ab der ersten Sekunde, in der ein Problem besteht, ist das der letzte Schrott. Okay, alles klar. An alle, die das jetzt gehört haben, überlegt es euch gut, aber wenn ihr keinen Support braucht, so wie ich, ist es okay. Es ist wirklich simpel gemacht, du kannst so schön easy eine Website zusammenbauen und es ist auch von den Integrationen her echt mega gut, so vielfältig. Aber wenn du ein Problem hast, bist du alleine. Den Krieg führst du mit dir selbst. Ja. Ja, krass. Aber du hast noch eine andere Webseite, die ja auch so einen Shop hat. Die hat so einen lustigen Namen, wie heißt die nochmal, für deinen Merch. Ach, Buttwig, ja. Die ist auch bei Shopify. Das läuft problemlos. Ach, die ist auch bei Shopify. Ja, da ist nicht ein Problem. Läuft hadellos, braucht noch nie den Support dafür. Und was bedeutet Buttwig? Also, Buttwig ist der Name von unserem kleinen Label. Wir haben irgendwann beschlossen, dass es Sinn macht, die Kunst noch weiter zu monetarisieren. Weil wenn du ein Bild gemalt hast, dann kannst du es einmal verkaufen und dann ist rum. Und das ist ja aber für jemanden, der Geld verdienen möchte, blöd. Da macht es Sinn, mehr damit zu machen. Also haben wir gesagt, wir gründen ein kleines Label und unser Opa heißt Ludwig. Und die Kinder konnten den Namen nie sagen und haben den immer entweder Buttwig oder Luppig genannt. Und dann hatten wir, okay, Luppig klingt irgendwie blöd, aber Buttwig ist ein cooler Name. Und dann haben wir halt die Firma Buttwig genannt. So, zur Liebe zum Opa. Es ist so geil, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, was, mich gefragt, was zur Hölle heißt Buttwidge. Das ist bestimmt irgendein Schimpfwort, was ich jetzt nicht mehr schaffe, nachzuschlagen. Ja, aber Buttwig ist doch schön. Ja, aber die meisten denken, es heißt sowas wie Arschhexe oder so. Wobei ich noch nicht verstanden habe, was eine Arschhexe sein soll. Das klingt so nach Klabusterbären, aber... Uuuuh. Nee, aber das ist aus Liebe zum Opa. Ja, und da ist es ja so, habe ich auch ein bisschen geguckt, da habt ihr ja so verschiedene Produkte, wo dann immer, also wirklich cool gemacht, deine Illustrationen oder auch Bilder irgendwie drauf sind oder Designs oder wie man es auch nennen will, Gestaltungen. Und ist das dann so ein Full, also sorry, wenn ich immer so komische technische Fragen gerade stelle, aber das interessiert mich wirklich. Ist das so ein Full-Fill-Geschichte? Ich weiß immer nicht, wie das heißt. Du meinst so On-Demand? Genau, also du siehst die Produkte gar nicht selber und lagerst die auch nicht, sondern es gibt halt verschiedene Firmen, die das auf Demand dann für dich herstellen und verschicken oder wie funktioniert das? Nee, das produzieren wir hier tatsächlich im Studio. Also früher haben wir auch mit On-Demand-Firmen gearbeitet, da hatten wir aber nur T-Shirts, die wir On-Demand gemacht haben. So Kunstdrucke und sowas hatten wir schon immer auf Lager liegen. Ah ja. Jetzt war es aber so, dass ich mochte das nie mit diesem On-Demand, dass du das Produkt nicht in der Hand hast, bevor es zum Kunden geht und sowas. Weißt du, jemand, der bei so einer On-Demand-Firma arbeitet, der mag seinen Job bestimmt natürlich auch sehr liebevoll vollführen, aber dem seine Prämisse liegt wahrscheinlich nicht darauf, dass das schön eingepackt ist, dass der Kunde glücklich ist und sowas. Dass das Produkt schön präsentiert ist und deswegen haben wir sehr schnell darauf hingearbeitet, selber Druckerpressen zu haben, damit wir die T-Shirts machen können und sowas. Und seit ein paar Monaten jetzt sind die T-Shirts auch alle von uns hier aus dem Haus und die anderen Produkte auch. Also dadurch, dass wir dann die Druckersachen hatten, konnte man natürlich produkttechnisch viel mehr noch auf die Kacke hauen. Mit diesen Stiftboxen und sowas können wir alles hier bedrucken, ist total cool. Das macht auch richtig viel Spaß. Also die Tassen drucken wir hier, die Stiftboxen drucken wir hier. Die Kunstdrucke kommen aus einer Druckerei, werden aber dann logischerweise auch von hier verschickt. Die T-Shirts, ich weiß gar nicht was alles. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war dieses Kuscheltier. Ja, das haben wir produzieren lassen. Wir haben, ich glaube, drei oder vier Kuscheltiere. Also drei gibt es, glaube ich, noch und vier waren es mal. Die haben wir produzieren lassen und dann auch hier, die liegen hier auf Lager. Ja, das ist so ähnlich. Meine erste Firma, die ich hatte mit den vier Designerinnen, habe ich dir, glaube ich, vorhin erzählt, wo wir auch den Laden hatten. Da haben wir auch alles selber produziert oder produzieren lassen, aber alles selber gelagert und dann eben auch über einen Online-Shop vor fast 20 Jahren alles selber verschickt und so. Und an Shopify war da auch noch nicht zu denken. Oder an On-Demand gab es auch nicht wirklich. Das heißt, man ist da ja, das machst du ja jetzt dann auch so, immer so komplett in Vorleistung gegangen. Ja. Also, ne, und auch Lager musste man haben und ich habe halt keine Ahnung, wie viele Bestellungen du pro Tag hast, aber du bist mega bekannt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass du schon 20, 30 Bestellungen pro Tag irgendwie verpacken musst, oder? Ja, also, doch, klar, es gibt Tage, da sind es mehr. Es gibt auch Tage, da sind erstmal nur fünf, ne. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Das kannst du nicht so genau sagen, aber Gott sei Dank muss ich das nicht selbst verpacken, sondern ich habe zwei Mitarbeiter dafür, dass einmal meine Schwester, die arbeitet bei uns und einmal der Yoshi, das ist, ja, den haben wir auch irgendwann online kennengelernt und mittlerweile war das, also, es wurde dann zu einer Freundschaft und dann zu einer Arbeitsgemeinschaft, nenne ich es mal, und der leitet alles, was mit Buttwig zu tun hat, mit meiner Schwester da drüben. Ich liefere tatsächlich nur noch die Designs und die, ja, die Grafiken dafür und sage halt, was ich wo drauf haben möchte oder was ich wo nicht drauf haben möchte. Das ist wahrscheinlich eher das Ding, wenn, also, die zeigen mir dann, was sie so produziert haben, was in den Verkauf gehen soll und ich sage da halt so, ne, finde ich scheiße, wenn ich was scheiße finde oder so. Ja, ja. Oder wenn ich einen besonderen Wunsch habe oder sowas, dann sage ich, ey, können wir daraus jetzt mal einen Kunstdruck machen und dann gucken die halt, dass das ein Kunstdruck wird und so. Ja, krass. Aber da, also, das würde mir, die zeitlichen Kapazitäten hätte ich auch nicht, das alles selbst zu machen, das ging nicht mehr. Hm, nee, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, vor allem, wenn man viel Kinder hat. Ja. Ja, krass, aber trotzdem, dass es dann nur zwei Leute sind, die das hauptberuflich machen, finde ich trotzdem erstaunlich, weil ich halt selber weiß, ich habe ja auch, ich verschicke ja meinen Kram auch selber, der über meinen Online-Shop verkauft wird. Also, es nimmt halt ja schon, jedes Paket nimmt 20, 30 Minuten in Anspruch. Man muss die Adresse da und so weiter, naja, muss ich jetzt ja nicht erklären, aber, äh, ja, erstaunlich, dass es dann trotzdem funktioniert. Also, viele Sachen zum Beispiel packen die vor, wie die Kuscheltiere, die sind, äh, die sind alle vorgepackt, die müssen dann quasi nur noch in den Versandkarton. Das wird, die bereiten alles immer so vor, dass so wenig Aufwand wie möglich dann da ist, wenn die Bestellung in den Versand geht und sowas. Ja. Ähm, aber man muss schon sagen. Das nennt man konfektionieren. Genau, richtig, ja. Das, äh, man muss schon sagen, was die da drüben leisten, ist, ist schon auch ein Knochenjob. Das sehen aber die wenigsten Leute, ne, die denken, ja, oh, da habe ich jetzt fünf Sticker bestellt und sowas und dann hebt sich einer von der Couch und wirft fünf Sticker in den Karton und sowas. Das, aber das ist schon auch, da, da geht viel Zeit flöten, zumal die sich ja halt auch viel mit, mit Qualitätssicherung und sowas beschäftigen müssen, ne, wenn, wenn neue Ware angeliefert wird, die dann bedruckt werden sollen, dann müssen die erstmal die vielen Sachen durchgehen und gucken, ob die auch keinen Scheiß geliefert haben und sowas und das sind alles so Dinge, die sehr, sehr zeitintensiv sind und viel Sorgfalt, äh, in Anspruch nehmen. Ja, und hast du dafür jetzt ein Gewerbe oder machst du das alles unter deinem freiberuflichen? Ne, das läuft alles über, über ein Gewerbe. Und deine Kunst, bist du aber freiberuflich als Künstlerin oder, oder ist das auch einfach mit in dem Gewerbe drin? Also, ich habe das am Anfang freiberuflich gemacht und jetzt müsste ich meinen Steuerberater fragen, wie der das genau, äh, verbeutelt, aber das läuft alles über die gleiche Umsatzsteuer-ID. Deswegen, denke ich, wird das auch einfach unter dem Gewerbe laufen, aber das, also es ist alles auf einer Einkommenssteuer, es wird alles auf einem Zettel versteuert, deswegen wird das alles über das Gewerbe laufen. Nur halt mit verschiedenen Steuersätzen, ne. Die Kunst wird mit sieben Prozent versteuert und alles andere mit neunzehn. Ja, 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 das sind auch immer so die Lieblingsfragen, auch bei allen Kreativen, wie was funktioniert, ist das jetzt gewerblich oder nicht? Ich glaube, es ist immer Auslegungssache, kann man einfach mit dem Finanzamt vor Ort besprechen, wie sie es gerne hätten oder macht man es halt so, dann kriegt man auch keine Schwierigkeiten. Manchmal ist es auch so, ich habe auch dem Gewerbeamt erklärt, was ich mache, weil die das nicht verstanden haben, als ich da ein Gewerbe angemeldet habe, habe ich halt geschrieben, Affiliate Marketing, irgendwie so, was ist denn das? Dann habe ich gesagt, ja, dann macht man halt so Werbung in meinem Podcast und so, naja, egal. Und bist du in der Künstlersozialkasse? Nee, ich mag die gar nicht. Das ist so ein Pakt mit dem Teufel, die Künstlersozialkasse. Ich musste für mich feststellen, dass für mich eine private Versicherung günstiger ist auf Dauer. Du, ich glaube auch mit den Umsätzen, die du wahrscheinlich jetzt machst, ich kann es ja nur raten, wärst du eh nicht mehr in der Künstlersozialkasse, weil sie den sozial schwachen Künstlern hilft und ab irgendwann fällt man da sowieso raus. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass die, dass die irgendwann echt leidig sind und echt krass hohe Summen von einem fordern und da zahle ich in der privaten Krankenkasse tatsächlich wenig. Also ich hatte da irgendwann mal angefragt, also mein Mann war mal in der Künstlersozialkasse, ganz in den Anfängen und sowas. Und da waren das immer so 300, 400 Euro monatlich. Und das geht ja noch, das ist noch was so Versicherungsmäßiges, völlig okay. Aber auch selbst da habe ich mich so geärgert, dass wir nicht gut recherchiert haben, weil selbst da wäre die private Krankenversicherung günstiger gewesen als die Künstlersozialkasse. Und dann ist die Künstlersozialkasse auch immer so leidig, weil du musst ja alle deine Kunden darauf hinweisen, dass sie auch nochmal einen Teilabtrag zahlen müssen. Wenn du bei der Künstlersozialkasse bist und das, da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, auf gar keinen Fall, bin ich direkt raus. Also ich habe mich da nie angemeldet und sowas. Und ja, mit, ich weiß nicht, ob Zahlen interessieren oder sowas, aber die private Versicherung, die ich habe, mit all meinen Kindern, also außer die Älteste, die ist über 20, die ist selbstversichert, da zahle ich 800 Euro für. Und das ist schon echt okay, das hätte ich bei der Künstlersozialkasse noch vor ein paar Jahren nur für mich bezahlt. Und da sagen die ja schon, dass sie die Hälfte übernehmen, das heißt, die haben gesagt, die gesetzliche kostet 1600 und dein Anteil sind 800. Genau, und dann lieber privatversichert, zumal ich da auch bei Ärzten einfach immer meine Vorteile habe, dass das Gesundheitssystem finanziert sich nicht über die gesetzliche Krankenkasse. Okay, gut, haben wir das auch abgehakt. Das, was ich schon immer über dich wissen wollte. Wie bist du versichert? Und alle so, oh, Roberta, stell doch mal die wichtigen Fragen. Ja, ich finde das gar nicht so unwichtig, das sind tatsächlich Fragen, die ich oft gefragt werde, so in meinen Insta-Stories oder sowas, wie ich mich versichert bin, wie ich das mit der Buchhaltung regle und, und, und. Das sind, ich finde das gar nicht doof. Machst du denn deine Buchhaltung auch mit LexOffice, wo du ja im Werbegesicht warst? Ja, bin ich auch immer noch. Ich habe das auch, ich habe LexOffice schon sehr lange benutzt und irgendwann haben die mich angeschrieben und haben gesagt, hi, wir haben gesehen, du nutzt LexOffice, wie schaut's denn aus? Ah, so haben die, die wussten das, dass du das nutzt, das heißt, die haben ihre Kundenakten, sind die durchgegangen? Ja, also ich glaube, das war eher Zufall, weil ich das benannt habe, irgendwann, ne, ich habe gesagt, jo, nutze ich, weil mich jemand gefragt hat und dann haben die gesagt, wie sieht's denn aus, willst du das offiziell nutzen? Und so bin ich dann mit denen in Kontakt gekommen und so kam diese Kooperation zustande. Also ich lehne ja die meisten Kooperationen ab, weil's überhaupt nix mit meinem Content zu tun hat, ne, was soll ich jetzt, HelloFresh-Pakete verkaufen oder sowas? Das wäre ja, das fände ich so unauthentisch, falsch und blöd. Also von mir, wer das macht, ist völlig okay, wenn's passt, wenn du Spaß dran hast, verkauf HelloFresh, bis du umfällst. Äh, aber, naja, das mach ich halt, weil ich's ja eh nutze und weil ich's für gut empfinde. Ja, tatsächlich benutze ich's auch seit zwei Jahren. Also haben wir jetzt hier einen schönen Werbe-Blog. Und das lässt sich auch geil in Shopify einfach einbinden. Es sind zwei Klicks, zack, zack, schön funktioniert. Ja, ja. Ja, sehr gut. Ähm, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Aber wo du gerade Kooperationen gesagt hast, ähm, das interessiert mich jetzt auch wieder persönlich und vielleicht auch den einen oder die andere Kreative, die, äh, zuhören und die vielleicht auch in die Richtung, so Content-Creation gehen wollen. Du hast gerade gesagt, dass du ganz viele Anfragen bekommst, wo du die meisten, äh, ablehnst. Was hast du denn schon so gemacht oder was findest du interessant, äh, überhaupt zu machen? Also, wo findest du's cool? Was ich schon gemacht hab? Also wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, also ich hab auf deiner Webseite, hab ich so ein paar Logos, so ein Banner gesehen, was da durchläuft. Das waren so vier... Ah ja, also Spotify, da bin ich Concierge. Von denen krieg ich aber kein Geld, sondern, äh, da hab ich den blauen Haken bekommen und krieg Spotify kostenlos. Aber was ist ein, äh, also Concierge heißt ja Hausmeister, aber, äh, du machst gar nichts, oder was? Ja, die benutzen ja immer so schön. Ne, ich hab meine Playlist da und sag den Leuten, wo meine Playlist zu finden ist, weil ich ja meine, meine Videos öfter auch mal mit, äh, Fotos meistens, mit Musik hinterlege. Und dann, ja, aber das war auch was, das hab ich halt privat genutzt, ne, und dann haben die mich gefragt und dann hab ich gesagt, ja, seh ich mich? Und dann hab ich das halt angenommen. Aber da krieg ich kein Geld für, sondern halt diese, ja, ich hab halt mein Spotify-Account kostenlos, ist ja, ist ja nice für mich, ne? Hab ich ja keinen Nachteil von, bewerbe ich jetzt aber auch nicht so aktiv oder so, sondern wenn mich einer fragt, wo find ich die Musik, die du hörst, dann sag ich Spotify. Tada, ne, das ist so das, ja, das ist halt so das Ding. Was steht noch auf meiner Webseite? Äh, Kum? Kum. Ja, äh, Kun, äh, doch, ne, warte, äh, scheiß, wie heißt die? Kunst und Metall? Ne, Kunststoff und Metall, das heißt das. Genau, die machen Pinsel. Ähm, die sind irgendwann letzten Jahres, haben die mich angeschrieben und haben gefragt, ob sie mir nicht mal Pinsel zuschicken könnten. Ich könnte die ja mal ausprobieren. Ah, nee, andersrum. Die haben in einem Video gesehen, dass ich meine Stifte immer mit einem Messerspitzer, und haben dann gesagt, hör bitte auf damit, wir haben den passenden Spitzer und wenn du willst, schicken wir dir noch ein paar Pinsel. So kamen die. Und dann haben die mir tatsächlich einen ziemlich geilen Spitzer geschickt und, äh, auch sehr gute Pinsel und, weil mir die gefallen haben und ich wirklich gerne damit gearbeitet hab, hab ich angefangen, auf die umzustellen. Und so ist dann da eine, eine Kooperation zustande gekommen, dass ich mit denen jetzt auch zusammen ein Pinsel-Set produziere, bei dem dann die Pinsel so sind, wie ich sie gerne hätte, was, äh, was ich ultra cool finde. Und das kommt noch, das Set, also. Genau, das kommt noch, ja. Also da, da sind wir auch, das dauert auch noch eine ganze Ecke, da sind wir jetzt erst so in der, so in den Prototypen-Produktion, ne. Ähm, das ist aber auch nichts, wo ich jetzt aktiv Geld kriegen würde, also ich, ich, es, mir fällt keine einzige Kooperation ein, bei der ich aktiv Geld kriege, dafür, dass ich es influence, sind dann meistens einfach, äh, es war dann, Roy Talens zum Beispiel, die hat mich mal gebucht zum Videos machen. Talens. Okay, Entschuldigung, Roy Talens. Ich wurde, ich wurde ja, äh, korrigiert, weil ich ja schon eine Ad, äh, hatte im, im Podcast und dann haben sie gesagt, es wird Talens gesprochen, bei der Gründer, hieß halt Talens mit Nachnamen, also Niederländer. Ja, aber alle sagen Talens. Ich hab mich immer gewundert, warum das Tee fehlt. Ja, wie bei Budwitsch, da fehlt das Tee auch, für die Hexe. Ich dachte immer, das wäre halt so ein edgy way Talens zu schreiben, aber gut, dass ich es jetzt weiß. Ja, genau. Naja, für die hab ich mal Videos produziert, da hab ich Geld bekommen. Da hast du erklärt, wie man Leinwände grundiert oder bemalt, oder wie war das? Ja, das war so, ich glaub, vier oder fünfteilig war das Video, da ging's einmal um, um so den, welche Materialien ich benutze, glaub ich, ähm, wie ich verschiedene Hautfarben mische, also einmal eine sehr dunkle und einmal eine sehr helle Hautfarbe, die Nuancen musste die ja eh immer zusammen mischen, ne, gibt's so viele Hautfarben auf der Welt, ähm, was noch, wie ich Leinwände grundiere und sowas und welche Ölmaltechniken ich kenne, oder, also, welche ich nutze und welche, welche ich sonst so cool finde und so. Ähm, für diese Videos wurde ich, also für die Erstellung dieser Videos wurde ich bezahlt, beziehungsweise für die, zur Verfügung stellen, für das Zurverfügung stellen der Videos. Und, äh, wer steht da noch drauf bei meiner Webseite? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, das war's auch. Ja, ich hätte jetzt gesagt vier, aber jetzt seh ich natürlich auch nur diese drei, äh, durchlaufen. Ja, ne, so ist es einfach. Ja, aber so hatte ich schon öfter mal irgendwelche kleinen Kooperationen. Ich hatte auch mal eine Kooperation mit Warner Music, das war ganz geil. Die haben mir einmal im Monat ein Lied geschickt, zu dem ich halt einen Zeitraffer machen musste und dann hab ich halt ein Bild passend zu dem Lied gemalt. Das hat sich finanziell für mich null gerechnet. Null, gar nicht. Weil ich halt immer das Bild erstellen musste dazu. Aber, ah, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt Bock mir, äh, mit Warner Music zusammenzuarbeiten, ne? Ist ja auch so ein Name, den du dir dann mal auf den Rücken schreiben kannst für eine Minute. Ähm, nachhaltig hatte ich jetzt nicht so viel davon, weder Reichweite noch sonst irgendwas, aber war trotzdem eine coole Erfahrung, so on spot zu arbeiten. Also, die haben ja auch nicht reingeredet bei den Motiven. Es musste nur halt irgendwie passen. Ja, ja. Und für Royal Talents, hast du da jetzt schon mal so einen Online-Kurs oder sowas gegeben, oder war das bisher nur diese Videos? Ne, ah, stimmt, da hatten wir auch mal einen Kurs. Das war auch letztes Jahr, glaub ich. Oder Anfang des Jahres. Mein Zeitgefühl ist scheiße. Mach nichts. Da hatten wir auch so einen Kurs, ja. Das war auch tatsächlich ganz cool. Das war auch hier im Studio und fand dann online statt. Die haben, glaub ich, ähm, über YouTube wurde das gehostet. Müsste ich aber auch lügen. Ich glaub, es wurde über YouTube gehostet. Und dann konnten die Leute halt zugucken und parallel mit mir mitmalen und wir haben ein Auge gemalt. Mhm. Boah, was ich ein scheiß Gedächtnis hab, Alter. Aber ja, es müsste ein Auge gewesen sein. Das haben wir zusammen gemalt. Mit Öl, oder? Genau, mit Öl, mit dieser wasservermischbaren Ölfarbe. Die ist ja, die ist ja ganz geil. Also, die ist überhaupt der Grund gewesen, warum ich mit Öl angefangen hab, die wasservermischbare Farbe. Aber sonst hätte ich's wieder aufgegeben, glaub ich. Seit wann malst du mit Öl? Wieder so eine Zeitfrage, sorry? Nur ein Jahr erst. Erst seit einem Jahr. Ach so. Und vorher Acryl, oder wie? Nee, vorher hab ich eine, ich hatte so eine selbsterfundene Airbrush Gun. Die hat nicht so funktioniert wie eine klassische Airbrush Gun, sondern man hat einen Stift da reingesteckt. So ein ähnliches System gab's auch mal von Copic. Und ich hab das aber dann, ja, ein bisschen umgemodelt und für andere Stifte nutzbar gemacht und sowas. Und ja, damit hab ich dann die ganze Zeit gesprüht. Ah, okay. Weil ich dachte, okay, vielleicht liegt's an der Marke, die ich hab, vielleicht ist die einfach scheiße. Und so kam ich dann zu Royal Talents. Die hab ich dann gefragt, ob die mir irgendwas empfehlen können, was ich nutzen kann. Und dann haben die gesagt, ja, wir schicken's dir mal zu. Ja, Cobra ist das, gell? Also diese Cobra-Farbe, ja. Ja, und da hab ich mich dann vollends drin verliebt und so kamen dann mehr Projekte mit denen zustande. Das ist auch wirklich ein echt, das sind so liebe Leute, ich mag den Verein total, weil die das auch mit Herz machen. Die haben richtig Lust, was an ihren Produkten zu machen und sowas. Das hast du so selten in der Branche. Oder? Wenn ich mir da zum Beispiel Faber-Castell nehme, also ich hoffe, mit denen hast du keine Kooperation, weil sonst bashe ich die hier jetzt. Nee, 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 hab ich nicht. Faber-Castell zum Beispiel, die genießen einen so großen, guten Ruf für nix. Dafür, dass da keinerlei Innovation stattfindet. Da ist keine Entwicklung. Die ruhen sich auf dem Standard aus, dass jede Grundschule dir schon erklärt, du brauchst Faber-Castell-Sachen. Und dann zieht sich das so weiter. Und dann denkt jeder einfach, es wäre gut. Dabei gibt es so viele andere Marken, die so toll sind. Der Vendt zum Beispiel macht meiner Meinung nach hundertmal bessere Stifte als Faber-Castell. Also das Faber-Castell ist meiner Meinung nach im Gegensatz dazu quasi so Kick-Ware. Also ich meine das überhaupt nicht böse, aber es ist halt einfach so. Das ist einfach ein sehr guter Vergleich, den ich lustig finde, sorry. Und sind aber super unbekannt, weil die stehen halt irgendwie, also die sind in den Kreisen so unbekannt. Der Vendt ist, glaube ich, aus England, ne? Ja, wahrscheinlich sagt man die auch anders. Ja, das kann gut sein. Durvend. Durvend, okay. I don't know. I don't know. No problem. Aber vielleicht verwechsel ich die auch mit Windsor & Newton gerade. Ja, Windsor & Newton hat auch schöne Produkte, muss ich sagen. Womit ich auch total gerne mal so buntstifttechnisch ist Karandasch oder Kuhi Noa. Auch wenn ich immer Kuhi Noa sage. Aber Kuhi Noa finde ich, also könnte ich jetzt auch nicht schreiben. Ich finde, das ist auch kein guter Markenname. Ne, der Markenname ist furchtbar. Das Ding kannst du nur sehen und wiedererkennen, aber schreiben und sagen ist einfach zum Tode verurteilt. So eine Starbucks-Nummer einfach, ne? Da steht dann was Falsches. Aber das sind Marken, die ich so viel hochwertiger finde als Faber-Castell. Und gerade Kuhi Noa ist auch so viel günstiger als Faber-Castell und liefert trotzdem ein so viel besseres Ergebnis. Da verstehe ich nicht, woher die ihre Reiche, also warum sich das so hält. Und das gleiche Problem habe ich mit Copic. Copic ist auch so ein überholter Verein, der aber seinen Fuß so tief betoniert in dieser Manga- und Grafikszene hat. Dabei gibt es so viel bessere Sachen, auch von Royal Talents zum Beispiel. gibt es super tolle Marker von, wie heißen die anderen denn, Tombow oder sowas? Ja, Tombow. Die haben auch so geile Alkoholmarker und sowas und so vielfältig und so innovativ alles, dass ich gerade bei diesen alten Marken verstehe ich nicht, wie sich das so in den Köpfen hält. Ja, ich glaube, es liegt halt daran, dass sie eben diese Tradition haben. Genau, da muss erst jetzt noch eine neue Generation heranwachsen, die diese Tradition nicht mehr fühlt oder kennt oder so. Also ich glaube, dann haben die, da wird es so einen Wechsel geben, dann müssen die auch sehen, wo sie bleiben und dann müssen sie sich auch verändern. Ja, ich hoffe es inständig. Also ich hoffe auch so sehr, dass die Leute so ein bisschen experimentierfreudiger werden. Deswegen versuche ich bei meinen Videos auf YouTube zum Beispiel immer, neue Produkte mit einzubringen, einfach neue Sachen ausprobieren. Dass ich verschenke dann meine Malkästen ganz oft irgendwie an Kindergärten oder an meinen Vater oder wer halt gerade irgendwie Bedarf hat und dann hole ich mir einen neuen Kasten einfach nur, um zu zeigen, dass mit neuen Farben ist auch cool oder mit anderen Produkten ist auch cool. Ja, ja, ja. Ich gucke noch mal kurz auf meine Liste. Ich bitte drum, ich trinke so lange. Ich habe so viele Fragen und die schaffe ich auf jeden Fall nicht. Also was mir, was ich unbedingt noch wissen will, das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, dass ich ja nur eigentlich darüber so ein bisschen auf dich aufmerksam gemacht wurde. Also ich habe so einen Tipp bekommen. Du bist bei Instagram zumindest jetzt so in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie lange du das schon machst, aber ist ja wieder eine Zeitfrage. Du bekommst, weil du halt so eine hohe Reichweite hast, ich glaube bei Instagram sind es 200.000 Follower, du bekommst relativ viel Hate, vielleicht auch, weil du es in irgendeiner Form provozierst. Klingt jetzt so, als würde ich dir die Schuld geben, so meine ich es nicht. Aber ich glaube, dass sich bestimmte Leute einfach getriggert fühlen, weil du so bist, wie du bist. Und du machst es aber auf eine, finde ich, sehr, sehr schöne Art, fühlst du die Leute halt vor oder zeigst du, gehst du halt mit diesem Hate anders um als ich jetzt zum Beispiel. Ich habe erst mal nicht viel Hate, weil ich auch nicht so viel Reichweite habe. Aber wenn ich komische, destruktive und persönlich verletzende Kommentare bekomme, dann würde ich das, glaube ich, nicht sofort posten und zeigen und sagen, hier, guckt mal hier, weil ich mich dann irgendwie erst mal noch tiefer in diese Verletzung reinbegeben würde. Aber ich habe auch das Gefühl, du fühlst dich gar nicht verletzt, sondern du bist eher amüsiert darüber, dass Leute so doof sind, was ja auch der Fakt ist. Und erzählst dann einfach darüber, was du für einen neuen Kommentar bekommen hast. Wie kam es, ich komme langsam zu der Frage, wie kam es dazu, dass du dich auf diese Art und Weise damit auseinandersetzt überhaupt? Man könnte es ja auch wegignorieren, das versuche ich immer. Aber im Endeffekt ärgere ich mich trotzdem drüber. Man könnte es sich auch privat darüber amüsieren. Also ich finde es mal super, dass du das öffentlich so machst. Und ich glaube, es gibt auch mehr Leuten, als du glaubst, auch so ein gewisses positives Gefühl, nämlich die Leute, die auch Hate erfahren. Aber wie kam es dazu? Und bist du früher damit anders umgegangen? Hat es dir irgendwann mal wehgetan? Also es gab bestimmt irgendwann mal einen Punkt, da hat mich das auch irgendwo verletzt oder sowas. Aber das waren so viele Fragen in einer, deswegen versuche ich strukturiert anzufangen. Alles gut. Fangen wir mal damit an. Es verletzt mich nicht. Es gab durchaus mal bestimmt, garantiert, weil ich bin ja ein Mensch mit Menschen, eine Phase, da hat mich das verletzt. Aber es sind ja Fremde. Ich möchte von denen kein Eis. Warum sollte ich von denen Kritik wollen? Ich möchte keine Einrichtungstipps von Hans-Uwe Silke Söhren. Warum sollte mir wichtig sein, wie die mein Bild finden? Das ist eine Prioritätensetzung, die ich gelernt habe. Mir ist die Meinung von vielen Leuten einfach absolut egal. Wenn ich ein Bild meinem kleinen Sohn zeige, dann ist mir seine Meinung hundertmal mehr wert, als die von irgendwem aus dem Internet. Und seine Meinung darüber würde mich auch wahrscheinlich eher treffen, als die Meinung von einem Fremden aus dem Internet. Deswegen habe ich noch nie richtig verstanden, warum ich auf die so viel Wert legen muss. Also auf diese Meinung. Sei es zu meinem Äußeren, zu meiner Kunst, zu meiner Arbeitsweise, zu meiner Art, völlig egal. Das war tatsächlich noch nie so richtig dolle mein Problem. Wenn mich jemand nicht mag, dann ist das okay. Dann sollten wir vielleicht zusammen kein Eis essen gehen. So ist das Ding. Und wie ich dazu kam, ist auch übers Livestreaming. Ich habe eine ganze Weile über LaVoo gestreamt. Das war eine Dating-App. Die haben mich irgendwann mal angefragt. LaVoo? Ja, die haben mich auf Twitch gefunden. Und dann haben die gesagt, ey, guck mal, du hast doch hier überhaupt gar keine Reichweite auf Twitch. Da hatte ich auch so zwölf Zuschauer oder so. Wie sieht es denn aus? Komm zu uns auf die App. Wir haben eine Livestreaming-Funktion mal da. Da dachte ich, ja gut, okay, was hast du zu verlieren? Also nix halt, da habe ich ja eh keine Zuschauer. Und dann kam ich da hin. Und das war damals zumindest, das war 2018, war das echt groß. Also wirklich, ich hatte da im Schnitt so drei, vier, fünfhundert Zuschauer. Zum Schluss dann so tausend, tausend, zweihundert Zuschauer und sowas. Also wirklich eine ganze Menge Menschen. Und dann ist das so, Streaming ist was sehr Unmittelbares. Da kommt einer rein und sagt etwas. Und die sagen dann natürlich nicht nur nette Sachen, gerade auf so einer Dating-App. Da kommen die ja nicht, um mich malen zu sehen oder so. Es gab viele Leute, die haben das genossen, mich malen zu sehen. Aber es ist erst mal nicht deren Prämisse. Das ist nicht deren Grund, da hinzukommen oder so. Und dann waren da halt auch viele Leute dabei, die das scheiße fanden oder dann so ein bisschen Hass da in den Kommentaren verteilt haben. Und ich habe nicht gewusst, warum ich das nicht nutzen soll. Also was soll ich das denn ignorieren? Wenn ich das ignoriere, andere Leute im Chat nehmen es so oder so auf und dann gibt es eine Eigendynamik, dann nehme ich mir doch die Macht, die man mir versucht zu nehmen, in dem Moment direkt und kehre das Ganze raus einfach. Ich benutze das. Warum sollte ich es nicht für Content benutzen? Immerhin gibt sich ja da einer Mühe zu schreiben. Da war zum Beispiel einer, der hat gesagt, wenn er mich auf offener Straße sehen würde, er würde mir einfach in den Hals scheißen. Oh. Und dann habe ich gesagt, das finde ich beeindruckend, weil dazu ja unfassbar viel Skill nötig ist. Also er ist von sich selbst, ich habe dann gefragt, zu welchem Yoga-Kurs er geht oder ob das eher was ist, was ihm in der Kindheit schon antrainiert wurde, weil du brauchst ja unglaublich viel Körpergefühl, um jemanden in den Hals scheißen zu können. Das sind sehr viele Mechanismen, die du da gleichzeitig bedienen musst. Und so kam ich dann halt ins Gespräch mit ihm über sein Vorhaben, mir in den Hals zu kacken. Und dann war das für die Zuschauer lustig, für ihn entwaffnend. Und für mich, ich hatte die Situation weiterhin bei mir. Also dann war es okay. Und so war das dann ganz oft. Und dann nach LaVue habe ich dann, beziehungsweise ich habe dann 2019, habe ich mit TikTok so ein bisschen angefangen. Und 2020 war es dann auch so, dass ich auch da viele dumme Kommentare bekommen habe. Und dann dachte ich mir, das musst du ja auch nicht so stehen lassen. Warum sollte ich das denn nicht nutzen? Also das gleiche Prinzip. Und habe dann halt auf solche Kommentare auch geantwortet. Und so hat das dann so eine Eigendynamik ergeben. Zum einen, das hat ja so viele positive Facetten, wenn man nicht alles stillschweigend hinnehmt. Insofern man es stillschweigend nicht, also wenn du der Situation gewachsen bist, dann stell dich ihr. Und wenn du ihr nicht gewachsen bist, dann lern damit umgehen. Es darf nicht deine Schwachstelle sein, wenn du damit nach außen gehst. Würde es mich verletzen, dann wäre das wie, ich habe das gestern schon mal jemandem erklärt, es wäre wie ein Locher und Papier. Wenn es mich verletzt, dann habe ich einfach irgendwann viele kleine Löcher und zerfallen mich. Wenn es mich nicht verletzt, dann liege ich da wie ein Blatt Papier, wie vorher auch. Also verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und so habe ich dann viele positive Effekte dadurch bemerkt. Zum einen konnte ich weiter über meine Kunst reden. Das waren ja meine Bilder, die die Leute irgendwie aus der Reserve gelockt haben. Ohne das zu wollen. Ich will nicht provozieren. Ich habe nicht in der Hand fast dich provoziert. Wenn du von einem roten Schlüpper provoziert bist, ja, Bruder, ich sehe den monatlich. Mich haut der nicht mehr von den Socken. Zum einen kannst du die Leute so ein bisschen hinterm Ofen vorlocken und die Diskussionen über deine Kunst weiterführen. Zum anderen kannst du Themen besprechen, die dich interessieren, die dich faszinieren, die wichtig für dich sind und kannst dann Klischees aufräumen. Und was du auch gesagt hast, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, man kann anderen Leuten zeigen, dass solche Kommentare absolut nicht wichtig sind. Die sind absolut nicht wichtig. Wenn es mich nicht trifft, muss es dich auch nicht treffen. Das ist, für mich sind Fremde genauso fremd, wie für dich Fremde Fremde sind. Und so ist das ganz schön, wenn ich anderen das Gefühl geben kann, dass sie selbst relevanter sind, als die Meinung eines anderen. Und viele verwechseln das ja auch mit Kritik. Jemand hat mir letztens geschrieben, ich wäre nicht kritikfähig, auf dem Post, das ich darüber gemacht habe. Also irgendeiner hat geschrieben, ich habe hässliche Hängetitten. Und dazu habe ich dann was gesagt. Und dann hat ein anderer gesagt, ich wäre nicht kritikfähig. Aber das ist ja keine Kritik. Was soll ich denn machen? Meinen Brüsten gut zureden? Soll ich da animieren, einfach wieder ein bisschen straffer zu werden? Oder so. Das ist ja nichts, was sich positiv beeinflussen könnte. Oder sowas. Und deswegen, man darf solche Pöbeleien nicht mit Kritik verwechseln. Und Kritik ist nur dann relevant, wenn sie von einem Kritiker kommt, der für dich relevant ist. Du darfst den anderen Leuten gar nicht die Relevanz in deinem Leben geben. Die sind ja fremd. Fremd und nichts sagende Namen im Internet. Ja, guter Punkt. Ich würde sagen, rational begreife ich das auch und macht das total Sinn. Aber wenn ich halt einen Kommentar kriege, dann stichst es halt einmal kurz trotzdem im Herzen. Und da kann ich auch irgendwie nichts gegen tun. Weil, wie du gesagt hast, ich da eben vielleicht auch menschlich bin und mich das erst mal trifft. Aber ich kann dann auch sagen, ja, scheiß drauf. Wer ist das? Was hat der für ein Problem? Oder der, weißt du, dann kann, also ich mache mir aber auch schon dann oft mal zu viel Kopf und denke, warum macht der das? Also, ne, ich suche Gründe, warum er ein Problem hat. Dabei könnte mir das ja scheißegal sein, weil ich kenne den ja nicht. So. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob ich dann zu viel Empathie habe für so Arschlöcher. Nee, also, ich kenne dich ja nicht. Deswegen öffne ich hier mal kurz meine Küchenpsychologie-Praxis, ne? Das ist also absolut, absolut nichtig, was ich hier sage, aber vielleicht ein Impuls. Das, was dich, was dich daran beschäftigt, ist nicht, was sein Problem ist, sondern, was dich zu seinem Problem macht. und da ist der Fehler. Warum sollte dich das beschäftigen? Du bist nicht das Problem. Du hast nichts damit zu tun. Du hast ihn ja nicht getreten oder sowas. Du hast ihn nicht gepetzt, du hast ihn nicht getreten, du hast ihn nicht auf die Füße gespuckt. Du bist nicht Aktivator dieses Problems. Du bist einfach nur existent. Und wenn du dafür eine Akzeptanz bekommst, dann kriegst du auch eine ganz andere Wahrnehmung für diese Barriere, die da andere Leute überschreiben, weil dich macht nichts zum Problem, nur weil er gerade eins hat. Ja, aber jetzt schließe ich die Küchenpsychologie-Praxis wieder. Ja, ja, alles gut. Ja, ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, ob du, ja, was du so, wovon du noch träumst, was du gerne noch beruflich machen wollen würdest. Also, ich denke mal nicht, dass du keine Wünsche, Ziele, Träume mehr hast, sondern ich glaube, gute Leute macht ja auch aus, dass sie immer schon ans nächste Projekt auch denken oder was sie gerne noch machen würden. Was ist es bei dir? Also, das ist schwierig. Da, ich liebe den Größenwahn, sagen wir es einfach mal so. Und alles, was auf der Strecke bis zu meinem größenwahnsinnigsten Wunsch passiert, ist wundervoll. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, träume ich nicht größenwahnsinnig, werde ich nicht viele Punkte unterwegs erreichen. Deswegen, also mein Ziel ist es, dass irgendwann mal Referate über mich verteilt werden. So, ah, du machst ein Referat über die Maris Rauch, das Volane, ist eine ganz nette gewesen, ist eine interessante. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal ein, keine Ahnung, die Volane Allee oder der Volane Platz oder die Maris Rauchstraße. Das fände ich auch nice, würde ich auch nehmen. Ansonsten fände ich es einfach wunderschön, irgendwann in aller Munde zu sein. Das fände ich okay. Das sind, das ist aber so ein, ich stecke das Ziel gerne weit und groß, damit ich auf der Reise dahin unglaublich viel erleben kann. Und deswegen nehme ich einfach das als berufliches Ziel. Sehr gut. Und hast du irgendeine Technik, auf die du Bock hast, aber wo du sagst, habe ich im Moment keine Kapazität für, also weil es ist, also du bist ja noch gar nicht so lange mit Öl unterwegs, wie ich dachte, dass du es machst, weil du es wirklich sehr gut machst. Danke. Aber gibt es da noch? Ich würde gerne Skulpturen machen. Das will ich auch schon sehr, sehr lange. Allerdings, ja, also ich würde zum Beispiel ultra gerne Zigarettenstummel aus Stein meißeln und sowas, aber da fehlt mir einfach alles dafür. Die Zeit, das umzusetzen und sowas, ich denke, wenn ich, wenn es so, wenn es so läuft und irgendwann ich die nötige Zeit habe, einfach mal eine Weile nicht zu malen, dann werde ich mich eine Weile nur mit Skulpturen beschäftigen. Aber dazu, dazu brauche ich halt die Zeit. Und die habe ich im Moment noch nicht. Aber das finde ich toll. Ja, klingt auch cool. Ich glaube, dann, ich könnte noch, ich habe noch zehn andere Fragen, aber wir sind jetzt schon lange dabei und ich würde dich auch nicht länger irgendwie belästigen. Alles gut, dass ich, ich ertrage auch noch eine Frage, wenn du möchtest, kannst du da für die Versicherung rausschneiden. Okay, dann, ähm, wen findest du künstlerisch toll? Also, ich habe keine Vorbilder oder sowas und meistens finde ich Künstler auch nur toll, basierend auf Geschichten, die ich von ihnen kenne und gar nicht unbedingt basierend auf der Kunst. Jetzt aber Künstler, deren Kunst ich interessant finde, wären zum Beispiel Cindy Sherman, das ist eine Fotografin, die ist unglaublich. René Magritte ist ein ganz toller, ich glaube, Surrealist ist es, den liebe ich auch sehr. Hannah Wilke war eine ganz tolle Aktionskünstlerin, die ist unglaublich spannend, die kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Die hatte zum Beispiel eine Aktion, die liebe ich sehr, und zwar hatte die eine Affäre mit einem Künstlerkollegen und der war verheiratet. Der hat ihr wohl immer gesagt, dass er sich scheiden lässt, hat aber nicht getan und zu einer Ausstellung hat sie ihn eingeladen und er hat dann gesagt, er kommt mit seiner Frau und hat sie gesagt, alles klar, dir gebe ich und hat dann auf der Damen-Toilette Sex-Tapes auditiv abspielen lassen von ihm und ihr. Okay. Und dann musste, also das ist eine... Aber er hat es ja dann nicht gehört. Er hat es nicht gehört. Auf der Herren-Toilette, ich habe ich versprochen, Entschuldigung. Also er hat es gehört, unwissentlich, ob das auf der anderen Toilette auch ist und musste sich dann dauernd in der Unsicherheit wägen, ob seine Frau ihn jetzt beim Bumsen gehört hat oder nicht. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich die unglaublich... Die hat einfach Balls of Steel, genauso wie... Die hat ihren Brustkrebs dokumentiert. Erst den von ihrer Mutter und dann ihren und das war zu der damaligen Zeit einfach eine ultrakrasse Nummer, weil niemand diesen Verfall so dokumentiert hat und das liebe ich an der Frau, dieses ehrliche, dokumentarische und trotzdem so unfassbar ästhetisch und wer auch ein krasser Typ war, war Rubens, weil der Kunst einfach monetarisiert hat bis zum Geht nicht mehr. Der Typ, das war ein Marketing-Genie und einfach wirtschaftlich gesehen so krass, der hatte ja etwas, das nannte sich die goldene Fabrik, da hat er andere Leute seine Bilder malen lassen, hat er nur noch seinen Otto drunter gesetzt und hat gesagt, jo Brüder, der hat auch so Kooperationen dann irgendwann angefangen mit ganz vielen Künstlern, die noch klein waren, die er aber sehr gut für sich nutzen konnte, weil die hohe Skills hatte, wie zum Beispiel so ein holländischer Maler, der ganz tolle Blumen malen konnte, ich komme gerade nicht auf den Namen und so hat er unglaublich viel gemacht, um sehr viel zu produzieren und unfassbar viel Kohle zu scheffeln für die Zeit, ohne viel machen zu müssen und das fand ich, das liebe ich sowas. Ja, das klingt gut. Ich hatte auch ein Video gesehen, wo du so gesagt hast, dass du, also dein, wie formuliere ich das jetzt, dein indifferentes Gefühl zu Banksy, also das, weil manche Leute sagen, du wärst, sie würden dich mit Banksy vergleichen oder du hättest dann eine gewisse Ähnlichkeit, du hast auch mal gesprüht übrigens, habe ich an einem Video auch so mitbekommen, aber du findest halt furchtbar, wie er vermarktet wird, also die, die Kunst ist okay, ne? Genau, also Banksy ist ein toller Typ, wobei ich Black Lorette den Leuten da mal ans Herz legen möchte, das ist quasi so der Ursprung dieser Kunst. Banksy ist ein, ist ein cooler Künstler, ist ein toller Typ, aber dem, der ist dem ProSieben-Effekt so ein bisschen zum Opfer gefallen, bin ich der Meinung, der wird so durchmonetarisiert wie Tour in the Halfman, man hat sich einfach so ultra satt gesehen, es gibt so viele Fake-Ausstellungen von Banksy und, 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 dafür kann der Mann nichts, aber der ist für viele Leute, die gucken gar nicht, die gucken sich die Kunst nicht an, sondern die finden Banksy cool, weil er halt populär ist und das finde ich schade. Das ist so ein, ja, das finde ich einfach schade, da geht so viel verloren und das, hinter dem, was er tut und wie er es tut, steckt so viel, was dabei einfach übersehen wird, weil es, weil es so ein, so ein hippes Ding ist, der ist der Bubble Tea der Kunst quasi, ne? ja, das ist diese Gefälligkeit, genau, die das hat, die, worauf sich alle einigen können. Genau, richtig, und das ist halt schade. Geiles, ich habe so ein geiles Video, hab mich jetzt drauf, weil ich genau diesen Satz gesagt habe, du hast so ein schönes Reaction-Video gemacht, wo du in eine dieser Kunstgalerien gegangen bist, mit einem, der da halt so eine Führung gekriegt hat und dann gab es da diese furchtbare Kunst, also Kunst, in Anführungszeichen, ach, ich weiß, was du meinst, mit diesem, was jetzt halt gerade so in so Galerien überall verkauft wird, was ich auch nicht kapiere, wie das überhaupt geht, weil das eigentlich permanente Urheberrechtsverletzung an allen Markenklamotten-Logos und Walt Disney-Figuren ist, also ich verstehe mal gar nicht, wie das überhaupt erlaubt ist und dass da keiner mal irgendwie klagt, aber ja, dieses Reaction-Video war ja so geil von dir. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass das auch so Kunst ist, auf die sich halt alle so einigen können, also wo, was überhaupt nicht wehtut, und was nichts will, außer irgendwie ein Bild an der Wand zu sein, was aber auch gar keine Aussage hat und was nur irgendwie so eine, wie so eine Erinnerung ist von etwas, was man aus der Kindheit kennt oder weil man die Klamotte trägt oder Statussymbol oder so, da mischt sich so ganz viel komischer Statusscheiß auch bei diesen, dieser Art von Kunst, die da gemacht wird, die da noch mit, mit Harz irgendwie übergossen wird und Glitzer und ich habe irgendwie so ein Video gesehen, wo die Familie Geist dann irgendwie, die Schandaya oder irgendwie eine der Töchter, die dann auch diese Kunst macht, dann schreiben die dann den Namen von der drunter, dann ist das gleich wieder mehr wert und es ist alles so, es ist halt so, wie Leute denken, dass Kunst ist, aber das ist keine Kunst, also für Leute, die Kunst machen. Ja, also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, etwas ist keine Kunst, da gehe ich nicht ganz so mit, aber es ist, ja, alles ist Kunst, ja. Es ist tatsächlich einfach nur gefällig, das trifft es ganz gut, es ist halt so die, diese Kennste-Kennste, diese Mario-Bart-Luke-Mockridge-Kunst quasi, du hast es schon mal gesehen, du hast einen Wiedererkennungswert, du hast, die Kunst lässt dich nicht fühlen, weil sie etwas darstellt, sondern sie stellt etwas dar, was du einfach, was tief in dir verankert ist, die Chipmunks oder Donald Duck oder sowas. Du hast die Geschichte dazu schon gespunden, das ist tief in dir und nicht, weil das Bild dir das zeigt und irgendwas in dir weckt oder in dir schlummert oder sonst irgendwas, sondern du hattest diese Ebene schon und die zeigen dir einfach nur mal, guck mal, kennste, kennste, ist ja süß, kennste, oder? Kennste, ja, Louis Vuitton, kennste auch, kennste. Ja, Und das finde ich halt immer, es ist trotzdem Kunst, keine Frage, wenn es einer Kunst nennt, ist es Kunst, das entscheidet ja der Betrachter, aber für mich ist es halt einfach, ja, weiß ich nicht, Aber es ist doch eine Urheberrechtsverletzung, oder? Ah ja, also ich bin kein Anwalt, aber ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist und ich bin mir nicht erinnert, warum Disney sich da nicht seinen Teil holt, weil die verklagen ja eigentlich echt jeden, der, also weiß ich nicht, dass die meinen Nachbar Michael nicht schon verklagt haben, weil er sich ab und zu mal Mickey nennt, das wundert mich eigentlich, ne, so schnell sind die da ja in der Regel und dann, ich finde es aber halt auch so ultra langweilig, so Fanart, das kann cool gemacht sein, ist überhaupt keine Frage und es ist nicht weniger aufwendig oder so, aber es ist halt, hm, weiß ich nicht, es catcht mich nicht, guter Punkt, ähm, sammelst du selber Kunst und, oder hast du Kunst an den Wänden, was nicht deine Kunst ist und was berührt dich da? Also meine Kunst habe ich bei mir privat gar nicht an den Wänden, ich bin der festen Überzeugung und Dealer sollte nicht seinen eigenen Stoff rauchen ähm, und wenn ich fremde Kunst habe, dann, also habe ich, ja, ich habe, ähm, von einem guten Freund von mir, der vor vielen Jahren verstorben ist, habe ich ein paar Kunstwerke hängen, dann habe ich mir Linoldrucke gekauft von Kassetten, die jemand gemacht hat, ich liebe Collagenkunst, da habe ich mir ein paar Sachen gekauft schon, das, aber die geben mir alle unterschiedliche Dinge, also das kann ich so nicht über einen Zaun brechen, es sind auch keine bekannten Künstler oder sowas, das, ähm, es sind, es sind definitiv keine Unsummen an Geld, die ich dafür investiere, es sind entweder Momente, in denen ich Lust habe, den Künstler zu fördern, weil ich weiß, dass der noch so in den Anfängen steckt, oder weil ich das Bild sehe und mir denke, boah, das ist mir, das, das ist mir, wie bei diesem Linoldruck mit der Kassette, das ist nur so groß oder sowas, ne, also so, so Postkarten mäßig, ähm, das hat mich, glaube ich, 400 Euro gekostet oder sowas, äh, also es ist jetzt keine Unsumme, aber für die Größe schon ein guter Künstlerfaktor, ne, ähm, aber das, das Bild habe ich gesehen und es war einfach, es war, es war so eine süße Kassette und die war nur in Linoldruck und ich fand das so schön, da habe ich gesagt, ja, das muss ich haben und dann habe ich mir das gekauft, das aber, also ich kann das nicht irgendwie auf ein spezielles Ding runterbrechen oder so, das, das sind dann einfach Momente, in denen ich sage, ja, das, das brauche ich jetzt. Sehr gut. Ja, ist ja auch eine, finde ich, zufriedenstellende Erklärung, zu sagen, du fühlst dann einfach in dem Moment was, dass das, was mit dir macht und dass du es haben willst und was, was ist, warum es das mit dir macht oder was es mit dir macht, ist dann gar nicht entscheidend. Ja. Ich habe halt oft festgestellt, bestenfalls ist es was, was sie da reininterpretieren, mit dem ich vielleicht auch mitgehen kann, aber es ist vielleicht auch egal, aber sie, es ist was sehr psychologisches, so ein Kauf, glaube ich, das will ich, glaube ich, sagen. Ja, aber woher sollen die wissen, was du da, also, mir zum Beispiel ist es jetzt überhaupt gar nicht wichtig, was Leute in meine Bilder reininterpretieren oder ich sage auch nie, was ich da reininterpretiere oder so. Naja, man kommt ja manchmal so ins Gespräch, wenn man, also ich hatte ja auch diesen Laden und dann haben halt Leute auch so von sich aus, also mich fragen viele, weil ich auch Dinge male, die sich vielleicht nicht so erklären, also ich habe halt auch so geisterartige Figuren in Bildern drin und dann fragen die immer, was die bedeuten oder wer das ist oder ob das Geister sind oder ob das Aliens sind und ob die gut sind oder böse. Und dann erklärst du das? Nee, ich sage, das kann jeder sehen, wie er will. Manche sagen dazu Geister, andere sagen eben Aliens. Ich habe halt das und das Gefühl dabei, das sage ich schon, oder ich mag die halt irgendwie, mir sind die sympathisch und deswegen male ich die da immer wieder in diese Bilder. Also ich erkläre jetzt nicht genau, was die für mich bedeuten. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Das ist dann ja auch immer enttäuschend für die potenziellen Käufer. Die wollen ja auch so eine, ja wie so eine Erklärung haben und also manche, manche auch nicht. Und manche reden aber auch von selber dann und interpretieren und fangen an und ich habe mal das und das erlebt und für mich symbolisiert das das und das. Dann denke ich so, okay, krass, ich sage da jetzt mal nichts zu, weil ich lasse ihm dann auch seine Interpretation davon, aber das habe ich halt null gesehen da drin oder das ist nicht das, was ich empfunden habe. Und das finde ich spannend und meine Erfahrung ist eben, dass viele Leute bei mir zumindest Bilder kaufen, weil sie da drin was sehen, was sie berührt und was aber in ihnen drin ist, was sie beruhigt oder daran, was Gutes mit ihnen macht, irgendwie so. Ja, Also ich will nur noch eins kurz klarstellen. Das, was ich vorhin mit diesen Kindheitserinnerungen und diesen Kennste-Kennste-Bildern meinte, ist, dass die da eine Erinnerung abgreifen, die basiere, die ganz oberflächlich ist. Genau. Die nehmen sich, nehmen wir mal an, jemand ist jetzt bei deinem Bild an seine Kindheit erinnert, dann ist das nicht, weil du so plakativ wie nur irgendeinen möglichen Schnuller und seine Mutter dargestellt hast. Genau. Und das machen ja diese Disney-Bilder, die stellen so plakativ wie nur irgendwie möglich, da kannst du, da musst du nicht mal, du musst nicht mal an eine Ecke denken oder sowas, weißt du, wie ich meine? Du wirst einfach mit der Nase in die Erinnerung getunkt und bei anderen Bildern finde ich das überhaupt gar nicht schlimm, wenn die Leute, also wenn dieser Gedankensprung von alleine kommt, dass du an etwas denken musst oder dir das ein wohliges Gefühl gibt oder, 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 dann ist es ja eigentlich total schön, wenn das so ist. Wenn es aber eine Transferleistung bedarf, weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Okay, nur, dass ich das nochmal klarstellen wollte. Und ich meinte das, ich konnte es nur nicht so gut erklären, deswegen habe ich dieses Mickey-Maus-Beispiel aufgenommen, obwohl das ja in dem Moment konträr war, aber bei diesen Bildern, von denen wir vorhin geredet haben, ist es ja auch so, dass die gar nicht, die wollen ja gar nicht, dass man sich da tiefer mit auseinandersetzt, sondern die wollen ja nur so eine Oberfläche zeigen und im besten Falle, guck mal, da ist ja manchmal nur so ein Prada oder Chanel-Logo drauf und irgendwas Buntes. Und da geht, da ist nur die Assoziation bei dem Käufer, der Käuferin, ah ja, diese Marke mag ich, also kaufe ich das Bild. Aber es ist, weißt du, dann kannst du das auch auf eine Unterhose drucken, obwohl das wäre, das wäre ja noch mehr Aussage. Das Lustige ist, bei sowas ist immer Kontext so eine richtig schöne Sache, weil das, was du gerade beschreibst, ist im Prinzip auch Andy Warhol und die Campbell-Tomatendose, weil auch der zeigt nur ein Markenlogo und, und, und. Aber der Kontext ist ja basierend, ist ja das Ding. Diese Künstler, die das erstellt haben oder diese Künstler, von denen ich rede oder diese Kunst, die ich meine, die da jetzt auch in dieser Galerie hing und sowas, das sind Leute, die haben nicht, die haben das für den Kauf geschaffen, die haben den Stil genutzt, um es besser verkaufen zu können und nicht, weil sie etwas mit dem Thema machen wollten. Weißt du, wie ich meine, da ist der Unterschied. Naja, ich weiß. Die Andy Warhol-Campel-Dose ist auch nur ein Logo und ein Objekt, das ganz plakativ bunt gezeigt wurde, passierte aber aus sich heraus. Der Künstler hat das gemalt und dann wurde es verkauft. Der hat es nicht gemalt, um es zu verkaufen oder er hat es nicht gemalt, weil es sich dann besser verkauft. Sich verkauft. Genau. Und das ist der Unterschied zwischen dieser, ich möchte es ganz gemein sagen, dekorativen Art von Kunst und angewandter Kunst. Beides ist völlig valid. Es ist total okay, das eine zu mögen, das andere zu mögen. Der eine ist nicht weniger ein Künstler, der andere nicht mehr. Aber ich persönlich habe nichts von diesem, ich male jetzt Star Wars, weil Star Wars Sachen sich gut verkaufen, sondern wenn du Star Wars malst, weil du Star Wars liebst, dann wirst du deinen eigenen Zugang zu Star Wars haben und dann wirst du Star Wars auf deine Art darstellen. Das ist dein Style, das ist dein Stil und dann ist es eine ganz andere Nummer als jemand, der diese Star Wars Narrative bedient, weil halt gerade der Film draußen ist. Ja. Das sind so massive Unterschiede, die man ganz schwer erklären kann, aber ich hoffe, ich habe irgendwie so ein Gefühl dafür. Doch, ich finde, wir haben das ziemlich gut in dem Gespräch rausgearbeitet. Okay, gut. Also ich finde schon. Okay, gut. Ich finde, du hast es auch total gut erklärt, also viel besser als ich. Ich habe eher immer dieses Gefühl und ich finde da nicht so ad hoc die richtigen Worte, aber ich finde, du machst es, deswegen mag ich auch deine Videos und du erklärst es immer super gut. Danke, das freut mich. Das ehrt mich tatsächlich. Aber dann ist ja gut, dass wir das schon mal herausarbeiten konnten. Also grundsätzlich darf natürlich alles Kunst sein, was Kunst sein möchte und was der Betrachter so sieht. Schön finde ich immer, wenn zwischen Bild und dem Käufer eine Transferleistung stattgefunden hat. So ein Ah, Oh, Mm, Oh. So was. Wenn das irgendwie aus sich heraus passiert, dann finde ich, ist das immer ganz schön. Da freue ich mich drüber. Ich persönlich interpretiere meine Bilder nie. Also schon gar nicht für andere oder so oder weil jemand danach fragt. Die sollen sich ihre Geschichten selbst erzählen, sonst könnte ich auch Märchen schreiben. Mhm. Dann, weil es jetzt noch passt, vielleicht die Frage, warum malst du, was du malst? Also ich will jetzt nicht eine Erklärung oder eine Interpretation, aber wie sind diese Motive entstanden? Also ich finde, es ist alles sehr fotografisch und ich glaube, du hast ja auch so fotografische Vorlagen, ne? Genau, ich fotografiere die Vorlagen immer selbst und versuche das auch möglichst clean zu halten immer. Was ich mache ist, ich liebe Alltäglichkeiten. Viele Dinge, die dir im Alltag begegnen, die schaust du dir gar nicht an. Entweder, weil sie verrufen sind, wie die Periode zum Beispiel. Oder, weil sie einfach so in der Nichtigkeit verschwinden, wie Zigarettenstummel. Und eigentlich sind alle Sachen, die einem so begegnen im Alltag, haben eine unglaublich schöne Facette. Und es gibt ganz viele Sachen, die kriegen gar keine Bühne, weil sie so in dieser Ignoranz der Vielsichtigkeit verschwinden. Und da beschäftige ich mich ganz gerne mit. Und je mehr ich dir aus dem Kontext reiße, umso eher gebe ich dem Betrachter die Möglichkeit, sie anders anzugucken. Wenn ich eine Zigarette auf den Sockel stelle, dann ist sie kein Müll mehr. Das ist so, meine Kunst ist im Prinzip Müll. Müll ist immer Materie am falschen Platz. Und so nehme ich mir die Sachen und positioniere sie im Leben einfach anders. Und da kann man dann viele Dinge mit erreichen. Du kannst, sie bieten vielmehr ein ganz anderes Diskussionspotenzial. Du kannst sie angucken lernen. Du kannst sie, du kannst Sachen ganz anders genießen, wenn sie in einem anderen Kontext stattfinden. Kennst du den Film American Beauty? Ja, aber das ist sehr, sehr lange her. Das ist, glaube ich, 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich musste gerade an diese, es gibt, also ich glaube, es war in American Beauty, es gibt so eine Szene, wo der Sohn zeigt, dass er, der filmt irgendwie immer alles mit Videokamera und dann fragt ihn. Ah, diese Tüte. Diese Tüte, genau. Und dann zeigt er irgendwie, was er so filmt. Und man denkt so vorher als Zuschauer, was kommt da jetzt? Irgendwas Ekliges oder keine Ahnung, dass er irgendwie so voyeuristisch ist oder so. Und dann hat er einfach nur eine weiße Plastiktüte, einen Plastikbeutel gefilmt, wie der so die Straße so entlang fliegt, weil da Wind ist in dieser Straße. Und er hat einfach nur diese Tüte gefilmt und meint so, er mag halt diese Kleinigkeiten, das war ungefähr fast der Wortlaut, den du auch hattest. Er mag diese kleinen Momente, wo Sachen, die niemandem sonst auffallen, so eine Poesie bekommen, also so eine Alltagspoesie. Ja, und so ist das, das liebe ich auch sehr. Also an diese Tüte erinnere ich mich auch noch. Ich mag das. Ich liebe das. Ich kann es auf jeden Fall auch nachvollziehen, aber ich mag halt gerne Sachen, die lebendig sind. Also ich kann mir, ich finde halt Stillleben super langweilig. Das kann noch so interessant irgendwie arrangiert sein. Ich mag halt lebendige Dinge und die abbilden oder zeigen. Ja, siehst du, und so hat ja jeder seine Leidenschaft gefunden. Genau. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Ich könnte noch länger weiterreden und vielleicht können wir es ja noch mal irgendwann wiederholen. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Wolane, dass du bei mir heute im Podcast zu Gast warst. Ich verlinke alle Sachen, die wir gesprochen haben, wenn ich die, wenn ich die finde, auch gerne noch unten in die Shownotes. Auf jeden Fall auch deine Webseiten, über die wir gesprochen haben. Danke. Danke. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir große Freude bereitet. Ja, ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch. Wir können das sehr gerne wiederholen. Da freue ich mich. Danke. Ja, super. Ja, dann sagen wir jetzt Tschüss an alle, die bis hierhin gehört haben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Liebe Wolane, tausend Dank für deine Offenheit und deine Zeit mit mir zu sprechen. Das war wirklich sehr, sehr schön und ich freue mich, wenn wir das bald mal wiederholen. Vielleicht noch, bevor eine Straße nach dir benannt wurde. Alle Infos zu Wolane findest du auch nochmal in den Shownotes der heutigen Folge. Und vergiss auch nicht, das aktuelle Gewinnspiel von Royal Talents Kreativstudio und mach bis 26.09. mit, indem du mir einfach eine E-Mail schreibst. Alles weitere dazu in den Shownotes. Und noch ein kleiner Wunsch von mir an dieser Stelle. Schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal von der Kreative Flow vorbei. Hier findest du die aktuelle Langfolge immer schon Sonntagabend als Premiere, noch vor der offiziellen Veröffentlichung am Montag. Und du kannst dir viele andere Inhalte von mir ansehen, die es nicht hier im Podcast ist. Ich teste für dich Materialien, nehme dich mit in mein Atelier, stelle dir Kunst- und Designbücher vor und vieles mehr. Den Link zu YouTube findest du, wie könnte es anders sein, in den Shownotes. Und bitte abonniere den Kanal, denn dann verpasst du dort auch kein Video mehr von mir. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis nächste Woche, deine Roberta und Jedes Kunstwerk ist eigentlich eine Skizze, die erst durch unsere Fantasie vollendet wird. Sigmund Graf. Salz, ne? Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.